Die Geralt-und-Ciri-Saga Staffel 2 Folge 10 Das Erbe der Elfen Niemand wird als Zauberer geboren. Wir wissen noch immer zu wenig über die Genetik und die Vererbungsmechanismen. Zu wenig Zeit und Mittel wenden wir für die Forschung auf. Versuche, magische Fähigkeiten auf dem Wege der Vererbung zu übermitteln, unternehmen wir leider immer zu auf, sozusagen natürliche Art. Und die Ergebnisse dieser Pseudo-Experimente sieht man nur zu oft in den Rindsteinen der Städte und an den Mauern der Tempel. Man sieht und trifft gar zu viele Schwachsinnige und Katatoniker, sabbernde und sich einmachende Propheten, Seher, Dorfwahrsager und Wundertäter, Kretens, deren Gehirne durch eine ererbte, aber nicht beherrschte Kraft degeneriert sind. Jene Debilen und Kretens können ebenfalls Nachkommen haben, können ihre Fähigkeiten vererben und weiter degenerieren. Ist jemand imstande, vorherzusehen und zu bestimmen, wie das letzte Glied dieser Kette aussehen wird? Die meisten von uns Zauberern verlieren die Fortpflanzungsfähigkeit infolge somatischer Veränderungen und Funktionsstörungen der Hirnanhangsdrüse. Manche und größtenteils Frauen gelangen zur Magie und behalten dabei das Funktionsvermögen der Keimdrüsen. Sie können zeugen und gebären und haben die Stirn, das für ein Glück und einen Segen zu halten. Doch ich wiederhole, niemand wird als Zauberer geboren und niemand darf als Zauberer geboren werden. Im vollen Bewusstsein dessen, was ich schreibe, antworte ich auf die Frage, die auf der Zusammenkunft in Zideris gestellt wurde. Jede von uns muss sich entscheiden, was sie sein will. Zauberin oder Mutter. Ich fordere, dass alle Adeptinnen sterilisiert werden. Ohne jede Ausnahme. Tissaia de Vries Die vergiftete Quelle Die vergiftete Quelle Die vergiftete Die vergiftete Quelle Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Jola, die Zweite, Euerneid und Ciri fütterten die Hühner, warfen ihnen Korn aus Körben hin. Eins sage ich euch, es wird Krieg geben. Das hat der Verwalter des Würsten gesagt, der den Käse holen gekommen ist. Ziri strich sich die Haare aus der Stirn. Dann gewiss mit Nilfgaard, sagte Euerneid. Mit wem sonst? Wieder! Götter, ist das schrecklich! Ziri streute den Hühnern und Perlehühnern, die sich rings um sie in einem unruhigen, lauten Schwarm drängten, Korn hin. Übertreibst du nicht mit diesem Krieg, Jola? Vielleicht ist es wieder nur eine Treibjagd auf die Scoia-Tel. Dasselbe hat Mutter Nenneke den Verwalter gefragt. Aber der Verwalter hat gesagt, nein, diesmal geht es nicht um die Eichhörnchen. Die Schlösser und Kastelle sollen Befehl haben, Vorräte für den Fall einer Belagerung anzulegen. Und die Elfen machen ja Überfälle in den Wäldern. Sie belagern keine Schlösser. Der Verwalter hat gefragt, ob der Tempel mehr Käse und andere Dinge abgeben kann, für die Vorräte in den Schlössern. Und er hat Gänsefedern verlangt. Es werden viele Gänsefedern gebraucht, hat er gesagt. Für die Pfeile, zum Bogenschießen, versteht ihr? Oh Götter, wir werden viel zu tun bekommen. Arbeit bis über die Ohren. Nicht alle. Manche von uns werden sich nicht die Händchen schmutzig machen. Manche arbeiten nur zweimal in der Woche. Sie haben keine Zeit zur Arbeit, weil sie angeblich Zauberkunststückchen lernen. Aber in Wahrheit halten sie wahrscheinlich Maulaffenfeil. Oder laufen durch den Park und köpfen mit einem Stock Blumen. Du weißt, von wem ich rede, Ciri. Nicht wahr? Ciri wird sicherlich in den Krieg ziehen. Sie soll ja die Tochter eines Ritters sein. Eine große Kriegerin mit einem schrecklichen Schwert. Endlich wird sie Köpfe abhauen können anstatt Brennnesseln. Nein, sie ist doch eine mächtige Zauberin. Sie wird alle Feinde in Feldmäuse verwandeln. Ciri, zeig uns irgendeinen schrecklichen Zauber. Mach dich unsichtbar oder lass die Moorrüben früher wachsen. Oder mach etwas, damit die Hühner sich selber füttern. Komm schon, lass dich nicht bitten. Sag irgendeinen Zauberspruch. Magie ist nichts zum Vorführen. Magie, das sind keine Jammerk-Kunststückchen. Natürlich, natürlich. Nichts zum Vorführen. Was, Jola? Es ist ganz so, als ob ich diese Hexe Yennefer reden höre. Ciri ist dir immer ähnlicher geworden. Sie riecht sogar ähnlich. Hm, das ist bestimmt ein magischer Riechstoff. Aus Mannwurz oder aus Ambra gemacht. Benutzt du magische Riechstoffe, Ciri? Nein, ich benutze Seife. Etwas, was du zu selten benutzt, Jola. Oho, wie kratzbürstig sie ist. Wie böse. Wie sie sich aufplustert. Früher war sie nicht so. Sie ist so geworden, seit sie vor einem Jahr mit dieser Hexe zusammen ist. Sie schläft bei ihr, reicht dieser Yennefer nicht von der Seite. Zum Unterricht im Tempel kommt sie kaum noch. Und für uns hat sie überhaupt keinen Augenblick Zeit mehr. Und wir müssen die ganze Arbeit für sie machen. In der Küche und auch im Garten. Schau, Jola, was sie für Händchen hat. Wie eine Prinzessin. So ist das nun mal. Die einen haben ein bisschen Verstand. Für die sind die Bücher. Die anderen haben nur Flausen im Kopf. Für die sind die Besen. Während du den Besen nur zum Fliegen nimmst, ja? Armselige Zauberin. Du bist dumm. Selber dumm. Eben nicht. Eben doch. Komm, Jola, beachte sie nicht. Zauberinnen sind keine Gesellschaft für uns. Ganz bestimmt nicht. Die Hühner sind die richtige Gesellschaft für euch. Ziri warf den Korb mit dem Getreide zu Boden. Die Adeptinnen rümpften die Nasen und gingen fort, vom aufgeregten Hühnervolk umringt. Ziri fluchte laut, indem sie eine von Wesemirs liebsten Redensarten wiederholte, deren Bedeutung ihr nicht vollends klar war. Die Blattern sollen euch treffen. Euch und euresgleichen. Dann fügte sie noch ein paar Worte hinzu, die sie von Jap und Zigrin gehört hatte, und deren Bedeutung ihr ganz und gar rätselhaft war. Blöde Pritschen. Deckelkatzen. Elende Asphaltschwäuben. Mit einem Fußtritt jagte sie die Glucken auseinander, die sich um das verstreute Korn drängten. Weg mit euch! Sie hob den Korb auf, nahm ihn in beide Hände, worauf sie sich in einer Hexerpirouette drehte und den Korb wie einen Diskus über die Strohdächer der Hühnerstelle hinwegwarf. Sie machte auf dem Absatz kehrt und begann durch den Tempelpark zu laufen. Sie lief weich und kontrollierte routiniert ihren Atem. Bei jedem zweiten Baum, an dem sie vorbeikam, vollführte sie einen geschickten Sprung mit Halbdrehung. Wobei sie einen Hieb mit einem gedachten Schwert markierte und gleich darauf, wie eingeübt, wollte und Finte folgen ließ. Leicht sprang sie über den niedrigen Zaun, landete sicher und weich auf federnen Füßen. Sie reckte den Kopf zum Fensterchen in der Steinmauer des Turms. Jare! Jare! Bist du da? Hey! Ich bin es! Der Bursche lehnte sich heraus. Siri? Was machst du hier? Kann ich zu dir hochkommen? Jetzt gleich? Ähm... Ja doch! Bitte! Bitte sehr! Sie lief wie ein Wirbelwind die Treppe hinauf und überraschte den jungen Adepten dabei, wie er eilig seine Kleidung in Ordnung brachte und mit Pergamenten andere Pergamente zudeckte, die auf dem Tisch lagen. Jare fuhr sich mit den Fingern durchs Haar und verbeugte sich ungeschickt. Siri steckte die Daumen in den Gürtel, schüttelte den aschblonden Schopf. Was ist das für ein Krieg, von dem alle reden? Ich will es wissen! Bitte, setz dich! Sie schaute sich im Zimmer um. Darin standen vier große Tische, mit Büchern und Pergamentrollen überhäuft. Es gab nur einen Stuhl, ebenfalls belegt. Krieg? Ja, ich habe die Gerüchte gehört. Interessiert dich das? Dich? Ein Mäd? Nein, setz dich nicht auf den Tisch, bitte. Ich habe mit Mühe Ordnung in diese Dokumente gebracht. Setz dich auf den Stuhl. Warte, ich nehme die Bücher herunter. Weiß Frau Yennefer, dass du hier bist? Nein. Hm. Und Mutter Nenneke? Nein. Siri verzog das Gesicht. Sie wusste, worum es ging. Der 16-Jährige, mit ihr gleichaltrige Jahre, war ein Zögling der Erzpriesterin, den sie zum Priester und Chronisten heranzog. Er wohnte in Elanda, wo er als Schreiber beim Stadtgericht arbeitete. Doch im Tempel der Militele verbrachte er mehr Zeit als im Städtchen. Ganze Tage und manchmal auch Nächte, in denen er Werke aus der Tempelbibliothek studierte, abschrieb und illuminierte. Siri hatte es nie aus dem Munde Nennekes gehört. Doch es war bekannt, dass es der Erzpriesterin absolut nicht passte, wenn Jahre sich in der Nähe der jungen Adeptinnen herumtrieb. Und umgekehrt. Die Adeptinnen Indus warfen des Öfteren ein Auge auf den Burschen und tuschelten ungeniert, erörterten die verschiedenen Möglichkeiten, die die häufige Anwesenheit von jemandem in Hosen auf dem Gebiet des Tempels eröffnete. Siri wunderte sich über alle Maßen, denn Jahre widersprach allem, was ihrer Ansicht nach einen attraktiven Mann ausmachen sollte. In Zintra, erinnerte sie sich, reichte ein attraktiver Mann mit dem Kopf bis zur Decke und mit den Schultern von einem Türpfosten zum anderen, stahl wie ein Zwerg, brüllte wie ein Ochse und stank auf 30 Schritt nach Pferd, Schweiß und Bier. Und das zu jeder Tages- und Nachtzeit. Männer, auf die diese Beschreibung nicht passte, waren den Hofdamen von Königin Kalante keinen Seufzer und kein Gerücht wert. Siri hatte auch genug andere Männer gesehen. Die weisen und sanften Druiden von Angren, die stattlichen und finsteren Siedler von Sodden, die Hexer von Kermorhen. Jahre war anders. Er war dünn wie ein Strohhalm, linkisch. Er trug zu große Kleidung, mit Tinten und Staubflecken, hatte ständig fettiges Haar und am Kinn anstelle von Wartstoppeln sieben, acht lange Härchen, von denen rund die Hälfte aus einer großen Wartse hervorwuchs. Siri konnte wirklich nicht verstehen, warum es sie so zu Jahresturm hinzog. Sie unterhielt sich gern mit ihm. Der Bursche wusste eine Menge. Man konnte viel von ihm lernen. Doch in letzter Zeit hatte er, wenn er sie anschaute, einen seltsamen, verschwommenen und nicht loslassenden Blick. Na, willst du es mir endlich sagen oder nicht? Da gibt es nichts zu sagen. Es wird keinen Krieg geben. Das sind alles Gerüchte. Aha. Die Fürsten versenden die Aufgebote also nur zum Zeitvertreib? Das Heer marschiert aus Langeweile auf den Straßen umher? Red nicht drum herum, Jahre. Du kommst in die Stadt und ins Schloss. Bestimmt weißt du etwas. Warum fragst du nicht Frau Yennefer danach? Frau Yennefer hat den Kopf voll mit Wichtigeren. Siri besann sich sofort, lächelte lieb und klimperte mit den Wimpern. Ach, Jahre. Sag's mir bitte. Du bist so klug. Du kannst so schön und gelehrt reden. Ich könnte dir stundenlang zuhören. Bitte, Jahre. Ähm... Der junge Mann wurde rot. Sein Blick aber wurde noch weicher und nebelhafter. Siri atmete heimlich auf. Was kann ich dir sagen? Freilich, die Leute in der Stadt reden alles Mögliche. Sie sind von den Vorgängen in Dol Angra beunruhigt. Aber Krieg wird es nicht geben. Ganz sicher. Du kannst mir glauben. Natürlich kann ich das. Aber ich wüsste gern, worauf sich deine Sicherheit gründet. Im Fürstlichen Rat hast du, soviel ich weiß, keinen Sitz. Und wenn du gestern zum Stadthalter ernannt worden bist, kannst du es ruhig sagen. Dann beglückwünsche ich dich. Ich studiere historische Abhandlungen. Und daraus kann man mehr erfahren, als wenn man im Fürstlichen Rat säße. Ich habe die von Marshal Pelligramm verfasste Geschichte der Kriege gelesen. Die Strategie von Herzog der Reuter. Die Vorzüge der redanischen Ulanen von Brunibor. Und in der gegenwärtigen politischen Lage kenne ich mich weit genug aus, um Analogieschlüsse ziehen zu können. Weißt du, was eine Analogie ist? Klar. Siri schwindelte, während sie einen Grashalm aus der Schuhschnalle klaubte. Wenn man die Geschichte früherer Kriege über die gegenwärtige politische Geografie legt, kann man leicht einschätzen, dass kleine Grenzzwischenfälle wie der in Dol Angra zufällig und bedeutungslos sind. Du, als Adept in der Magie, kennst doch die gegenwärtige politische Geografie? Siri fummelte gedankenversunken an den auf dem Tisch liegenden Pergamenten herum, blätterte ein paar Seiten in einem großen Buch mit Ledereinwand um. Lass das! Fass es nicht an! Das ist ein außergewöhnlich wertvolles, einmaliges Werk. Ich werde es nicht fressen! Du hast schmutzige Hände. Sie sind sauberer als deine. Hör mal, hast du hier irgendwelche Karten? Ja, aber sie liegen in der Truhe. Als der junge Mann sah, wie Siri das Gesicht verzog, warf er ein paar Pergamentrollen vom Deckel, öffnete die Truhe, kniete sich vor ihr hin und begann darin zu wühlen. Siri rutschte auf dem Stuhl hin und her, zappelte mit den Beinen und blätterte weiter in dem Buch. Zwischen den Seiten lugte plötzlich ein loses Blatt mit einem Bild hervor, das eine Frau mit spiralförmig gedrehten Locken zeigte, die völlig nackt war, in Umarmung mit einem ebenso nackten, bärtigen Mann. Mit herausgestreckter Zunge wendete das Mädchen lange den Stich hin und her, im Ungewissen, wo oben und unten war. Schließlich entdeckte sie das wesentlichste Detail des Bildes und kicherte los. Jarre, der mit einer dicken Pergamentrolle unterm Arm hinzutrat, errötete heftig, nahm ihr wortlos den Stich aus der Hand und schob ihn unter die Papiere, die sich auf dem Tisch türmten. Ein außergewöhnlich wertvolles und einmaliges Werk. Solche Analogien studierst du also? Sind da noch mehr Bilder von der Sorte? Merkwürdig. Das Buch heißt Heilung und Gesundung. Ich möchte wissen, was für eine Krankheit das ist, die man auf diese Weise heilt. Du kannst die ersten Runen lesen? Ich wusste nicht... Du weißt vieles noch nicht. Was denkst du dir denn? Ich bin doch nicht so eine Adeptin zum Hühnerrupfen. Ich bin... eine Zauberin. Nun zeig schon diese Karte. Sie knieten sich beide auf den Fußboden und hielten mit Händen und Knien den steifen Bogen fest, der sich hartnäckig wieder zusammenrollen wollte. Schließlich fixierte Ciri eine der Ecken mit einem Stuhlbein und Jarre legte auf eine andere ein schweres Buch namens Leben und Taten des Großen Königs Radovid. Das ist vielleicht ein undeutliches Ding von einer Karte. Ich finde mich überhaupt nicht zurecht. Wo sind wir? Wo ist der Land da? Hier. Hier ist Temerien. Dieses Gebiet. Hier ist Vysima, die Hauptstadt von unserem König Voltest. Hier im Pontertal liegt das Fürstentum Elanda. Und hier... Ja, hier ist unser Tempel. Und was ist das für ein See? Wir haben hier überhaupt keine Seen. Das ist kein See. Das ist ein Tintenklecks. Aha. Und hier... Hier ist Zintra, ja? Ja, südlich vom Flussland und von Sodden. Da, sie. Da fließt der Fluss Yaruga und er mündet gerade dort ins Meer, wo Zintra liegt. Dieses Land, falls du es nicht weißt, wird gegenwärtig von den Nilfgaardern beherrscht. Ich weiß. Ich weiß das sehr gut. Und wo ist dieses ganze Nilfgaard? Ich sehe hier keins. Es passt nicht auf deine Karte, oder was? Gib eine größere. Hm. Solche Karten habe ich nicht. Aber ich weiß, dass Nilfgaard irgendwo weiter weg liegt. In südlicher Richtung. Na, etwa... so weit, ungefähr. Ciri wunderte sich und schaute zu der Stelle auf dem Fußboden, wo Jahre hinzeigte. So weit weg? Von so weit her sind sie gekommen? Und haben unterwegs die anderen Länder erobert? Ja, das stimmt. Sie haben Mettina, Mecht, Nazair, Ebbing unterworfen. Alle Königreiche südlich von den Amellbergen. Diese Königreiche, wie auch Zintra und Obersodden, nennen die Nilfgaarder jetzt die Provinzen. Aber Niedersodden, Werden und Brugge haben sie nicht erobern können. Hier an der Yaruga haben die Heere der vier Königreiche sie aufgehalten, nachdem sie sie in der Schlacht von... Ich weiß. Ich habe Geschichte gelernt. Also, Jahre, rede vom Krieg. Wir knien auf der politischen Geografie. Zieh Schlussfolgerungen. Aus Analogien oder woraus du sonst willst. Ich bin ganz ohr. Der junge Mann wurde rot, worauf er zu erklären anhob und mit einem Federkiel auf die jeweiligen Gebiete der Karte zeigte. Die gegenwärtige Grenze zwischen uns und den von Nilfgaard beherrschten Ländern bildet, wie du siehst, der Fluss Yaruga. Das ist ein praktisch nicht zu überwindendes Hindernis. Die Yaruga friert fast nie zu und wenn die Jahreszeit regnerisch ist, kann sie so viel Wasser führen, dass sie ungefähr eine Meile breit ist. Über eine lange Strecke, hier, fließt sie zwischen steilen, unzugänglichen Ufern, zwischen den Felsen von Mahakam. Dem Land der Zwerge und Gnomen? Ja. Und darum kann man die Yaruga nur hier überschreiten, im Unterlauf, in Sodden und hier, im Mittellauf, im Tal Dol Angra. Und gerade in Dol Angra war dieser Zwischenfall? Gemach. Ich erkläre dir gerade, dass gegenwärtig keine Armee imstande ist, den Übergang über die Yaruga zu erzwingen. Beide zugänglichen Täler, diejenigen, wo seit Jahrhunderten die Armeen marschiert sind, sind sehr stark besetzt und verteidigt. Sowohl auf unserer Seite wie von Nilfgaard. Schau auf die Karte. Sieh, wie viele Festungen da sind. Da liegt Werden. Da Brugge. Da die skellige Inseln. Und das? Was ist das? Dieser große weiße Fleck? Yara rückte näher heran. Sie spürte die Wärme seines Knies. Der Wald Brokilon. Das ist verbotenes Gebiet. Das Reich der Walddrojaden. Der Brokilon deckt ebenfalls unsere Flanke. Die Drojaden werden niemanden durchlassen. Auch die Nilfgaarder nicht. Hier ist Adam. Und die Stadt Wengerberg. Yara, hör sofort auf! Der Bursche zog mit einem Ruck seinen Mund von ihren Haaren zurück. Wurde rot wie eine Pfingstrose. Ich möchte nicht, dass du das mit mir machst. Ziri, ich... Ich bin in einer wichtigen Angelegenheit zu dir gekommen. Als Zauberin zum Gelehrten. Benimm dich also. Der Gelehrte wurde noch verlegener und machte ein so dummes Gesicht, dass die Zauberin sich nur mit Mühe das Lachen verkneifen konnte, als sie sich wieder über die Karte beugte. Aus deiner ganzen Geografie ergibt sich so weit überhaupt nichts. Du erzählst mir vom Fluss Jaruga, aber die Nilfgaarder sind ja schon einmal auf die andere Seite gekommen. Was sollte sie diesmal hindern? Damals hatten sie nur Brugge, Sodden und Temerien gegen sich. Jetzt sind wir in einem Bündnis vereint, wie in der Schlacht von Sodden. Die vier Königreiche Temerien, Redanien, Edirn und Ketwin. Ketwin... Ja, ich weiß, worauf dieses Bündnis beruht. König Hänselt von Ketwin schickt dem König Demerwend von Edirn eine geheime Sonderhilfe. Diese Hilfe wird in Fässern transportiert. Und wenn König Demerwend den Verdacht hat, dass jemand ein Verräter ist, legt er Steine in die Fässer. Er stellt eine Falle. Sie verstummte, als ihr einfiel, dass Geralt ihr verboten hatte, über die Ereignisse in Ketwin von vor zwei Jahren zu sprechen. Jahre betrachtete sie misstrauisch. Wirklich? Und woher kannst du das alles wissen? Ich habe davon in einem Buch gelesen, das Marshal Pelikan geschrieben hat. Und in anderen Analogien. Erzähl, was in diesem Dol Angra passiert ist, oder wie das heißt. Aber zuerst zeig mir, wo das ist. Hier. Dol Angra ist ein breites Tal. Der Weg, der von Süden her zu den Königreichen Lyrien und Rivien führt. Nach Edirn und weiter nach Dol Blatanna und Ketwin. Und durchs Pontartal zu uns. Nach Temerien. Und was ist da geschehen? Es ist zu kämpfen gekommen. Anscheinend. Ich weiß darüber nicht viel. Aber so heißt es im Schloss. Wenn es zu kämpfen gekommen ist, dann ist das schon der Krieg. Was also erzählst du mir hier? Es ist nicht zum ersten Mal zu kämpfen gekommen. An der Grenze kommt es sehr oft zu Zwischenfällen. Aber sie haben keine Bedeutung. Wieso denn nicht? Es gibt ein Gleichgewicht der Kräfte. Weder wir noch die Nilfgaarder können etwas unternehmen. Und keine Seite kann dem Gegner einen Kasus Belli geben. Was geben? Einen Grund zum Krieg. Verstehst du? Darum sind die Zwischenfälle in Dol Angra mit Sicherheit zufällige Vorgänge. Am ehesten Überfälle von Räubern oder Geplänkel mit Schmugglern. Auf gar keinen Fall können das Aktionen regulärer Truppen sein. Weder unserer noch der Nilfgaarder. Denn das wäre eben ein Kasus Belli. Aha. Hör zu Jahre und sage mir Sie hob plötzlich den Kopf legte rasch die Finger an die Schläfen runzelte die Stirn. Ich muss gehen. Frau Yennefer ruft mich. Du kannst sie hören? Aus der Entfernung? Auf welche Weise? Ich muss gehen. Hör zu Jahre Ich werde mit Frau Yennefer in sehr wichtigen Angelegenheiten abreisen. Ich weiß nicht wann wir zurückkehren. Ich warne dich dass es um geheime Sachen geht die nur Zauberinnen etwas angehen. Stell also keine Fragen. Sie stand auf und klopfte sich den Staub von den Knien. Jahre stand ebenfalls auf. Er zupfte seine Kleidung zurecht wusste aber immer noch nicht wohin mit den Händen. Sein Blick wurde unangenehm schmalzig. Ciri Was ist? Ich 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 weiß nicht was du meinst. Du weißt es ganz offensichtlich selber nicht. Ich gehe Mach's gut Jahre Auf Wiedersehen Ciri Glückliche Reise Ich werde Ich werde an dich denken Da bin ich Frau Jennifer Sie stürmte Sie stürmte ins Zimmer wie vom Katapult geschossen Ein im Wege stehender Schemel drohte ihr die Beine zu brechen Doch Ciri übersprang ihn geschickt führte eine graziöse Halbpirouette und einen angedeuteten Schwertstreich aus Lächelte freudig über das gelungene Kunststück Trotz des schnellen Laufs ging ihr Atem gleichmäßig und ruhig Die Atemkontrolle beherrschte sie schon mit Perfektion Da bin ich Endlich Zieh dich aus und ab in den Zuber Ein bisschen plötzlich Die Zauberin blickte sich nicht um drehte sich nicht vom Tisch weg vor dem sie saß Sie betrachtete Ciri im Spiegel Mit langsamen Bewegungen kämmte sie ihre feuchten schwarzen Locken die sich unter dem Zug des Kammes glätteten nur um sich gleich wieder zu schimmernden Wellen zu kräuseln Das Mädchen löste blitzschnell die Schuhschnallen warf Schuhe und Kleidung ab und landete mit einem Platschen im Badezuber Sie griff nach der Seife und begann sich energisch die Unterarme einzuseifen Yennefer saß reglos da schaute zum Fenster hinaus spielte mit dem Kamm Ciri pustete blubberte und spuckte denn hier war Seife in den Mund gekommen Sie schüttelte den Kopf und fragte sich ob es wohl einen Zauberspruch gebe der es erlaubte sich ohne Wasser Seife und Zeitverschwendung zu waschen Die Zauberin legte den Kamm weg blickte aber immer noch gedankenversunken zum Fenster hinaus auf die Schwärme von Raben und Krähen die inmitten von durchdringendem gekrächtse gen Osten flogen Auf dem Tisch lagen neben einer beeindruckenden Batterie von Kosmetik Flakons etliche Briefe Ciri wusste dass Jennifer seit langem auf diese Briefe gewartet hatte dass sie von ihrem Empfang den Termin abhängig gemacht hatte zu dem sie den Tempel verlassen würden Im Gegensatz zu dem was sie Jahre gesagt hatte ahnte das Mädchen keines wegs wohin sie reisen würden und zu welchem Zweck in diesen Briefen aber während sie zur Ablenkung mit der linken Hand im Wasser planschte baunte sie mit den Fingern der Rechten eine Geste konzentrierte sich auf die Formel heftete den Blick auf die Briefe und sandte einen Impuls aus wag es ja nicht ich dachte ich dachte einer davon ist von Geralt wenn es so wäre hätte ich ihn dir gegeben dauert das noch lange ich bin fertig steh bitte auf ja die Kindheit hast du schon hinter dir du bist an den richtigen Stellen rund geworden nimm die Hände runter deine Ellenbogen interessieren mich nicht na na ohne Tiererei ohne falsche Scham das ist dein Körper die natürlichste Sache auf der Welt dass du reifer wirst ist ebenso natürlich wenn sich dein Schicksal anders gefügt hätte wärst du schon längst die Frau irgendeines Fürsten oder Königssohns das ist dir doch klar nicht wahr nachdem wir über Fragen die das Geschlecht betreffen ziemlich oft und exakt gesprochen haben musst du wissen dass du schon eine Frau bist physiologisch versteht sich du hast doch nicht vergessen worüber wir gesprochen haben nein ich habe es nicht vergessen während der besuche bei jahre hoffe ich hast du auch keine probleme mit dem gedächtnis trockne dich ab und komm zu mir her verspritzt bitte kein wasser in ein badetuch gehüllt setzte sich Ciri auf den Hocker zu Füßen der Zauberin jennefer kämmte ihr die Haare schnitt von Zeit zu Zeit mit der Schere ein kleines widerspenstiges Knäuel ab bist du mir böse weil ich im Turm war nein aber Nenneke mag das nicht das weißt du aber ich habe nichts dieser Jahre kümmert mich überhaupt nicht ich habe nur eben du hast nur spiel nicht das Kind denn du bist keins mehr vergiss das nicht du bist jetzt 16 Jahre alt dieser Jahre wird bei deinem Anblick ganz wuschig weißt du das nicht das ist nicht meine schuld was soll ich machen spiel nicht mit ihm denn das ist gemein ich spiele überhaupt nicht mit ihm wir unterhalten uns nur ich würde gern glauben dass du während dieser Unterhaltung daran denkst worum ich dich gebeten habe ich denke dran ich denke dran das ist ein intelligenter und heller bursche ein zwei unvorsichtige worte können ihn auf die richtige spur bringen auf dinge von denen er nichts wissen darf von denen niemand wissen darf niemand erfahren wer du bist ich denke daran ich habe keinem ein sterbens wörtchen gesagt da kannst du sicher sein sag mir müssen wir deswegen so plötzlich abreisen hast du Angst jemand könnte erfahren dass ich hier bin ist es darum nein aus anderen gründen oder weil es Krieg geben kann alle reden von einem neuen Krieg alle reden davon Frau Jennifer gewiss dieses Thema gehört zu den sogenannten ewigen man hat vom Krieg geredet redet davon und wird davon reden und nicht grundlos Kriege gab es und wird es geben nimm den Kopf nach vorn jahre hat gesagt dass es keinen Krieg mit nilfgard geben wird er hat von irgendwelchen analogien geredet hat mir eine karte gezeigt ich weiß selber nicht was ich davon halten soll ich weiß nicht was das für analogien sind das ist bestimmt etwas schrecklich kluges jahre liest alle möglichen gelehrten Bücher und gibt dann aber ich denke ich bin neugierig was du denkst ziri in zintra damals frau jennefer meine großmutter war viel klüger als jahre könig heißt war auch klug er war zur see gefahren hatte alles gesehen sogar den narwal und die seeschlange bestimmt auch analogien genug und plötzlich kamen sie die nelf gader jennefer umarmte sie drückte sie fest an sich dann ist dann ist es wahr es wird krieg geben müssen wir deshalb abreisen reden wir nicht darüber wir wollen uns nicht im voraus den kopf zerbrechen ich habe ich habe krieg gesehen ich will keinen mehr sehen niemals ich will nicht wieder allein sein ich will keine angst haben ich will nicht von neuem alles verlieren wie damals ich will gerald nicht verlieren und dich frau jennefer ich will dich nicht verlieren ich will bei dir sein und bei ihm für immer das wirst du und ich werde auch bei dir sein Ciri immer das verspreche ich dir jennefer legte kamm und schere weg stand auf ging zum fenster die krähen schrien noch immer auf ihrem flug zu den bergen hin als ich hier ankam als wir uns zum ersten mal begegnet sind hast du mich nicht gemocht unsere erste begegnung dachte Ciri ich erinnere mich ich war mit anderen mädchen in der grotte chos wie zeigte uns pflanzen und kräuter da kam jula die erste herein flüsterte chos wie etwas ins ohr die priesterin verzog unwillig das gesicht und jula die erste kam mit sonderbarer miene auf mich zu mach dich fertig Ciri sagte sie geh schnell ins refektorium mutter nenneke verlangt nach dir jemand ist gekommen seltsame bedeutungsvolle blicke aufregung in den augen und getuschel jennifer die zauberin jennifer schneller Ciri beil dich mutter nenneke wartet und die andere wartet auch damals wusste ich sofort dass sie es ist denn ich hatte sie gesehen in der nacht zuvor im traum sie ihren namen kannte ich damals nicht sie hatte mich nur angeschaut und hinter ihr hatte ich in der dunkelheit geschlossene türen gesehen jennifer wandte sich zu ihr der obsidian stern an ihrem hals funkelte mit tausend lichtreflexen das mädchen schaute der zauberin direkt in die pfeilchen blauen augen du hast recht ich habe dich nicht gemacht siri komm zu uns das ist Frau jennefer von wengerberg meisterin der magie hab keine angst frau jennefer weiß wer du bist du kannst ihr vertrauen das mädchen verbeugte sich die hände zu einer ehrerbietigen geste zusammengelegt mit dem langen schwarzen kleid raschelnd trat die zauberin an sie heran fasste ihr unters kinn hob ihr ziemlich ungeniert den kopf an drehte ihn nach links nach rechts ciri empfand zorn und aufkommenden widerwillen sie war es nicht gewohnt auf solche weise behandelt zu werden und zugleich fühlte sie brennenden neid jennefer war sehr schön im vergleich zu der feinen blassen und recht gewöhnlichen schönheit der priesterinnen und adeptinnen verströmte die zauberin eine bewusste geradezu demonstrative schönheit von ihr selbst akzeptiert und mit jeder einzelheit betont ihre rabenschwarzen locken die in kaskaden auf die schultern fielen glänzten warfen das licht wie pfauenfedern zurück wandten sich und wogten bei jeder bewegung auf einmal schämte sich Ciri schämte sich ihre abgeschürften ellenbogen der rauen hände der abgebrochenen fingernägel der zu aschblonden strähnen verfilzten haare auf einmal verspürte sie den heftigen wunsch zu haben was jennefer hatte einen schönen bis weit hinab freien hals und darauf ein hübsches schwarzes samtband mit einem hübschen funkelnden stern gleichmäßige mit kohle hervorgehobene brauen und lange wimpern einen stolzen mund und diese beiden rundungen die sich bei jedem atemzug hoben von schwarzem tuch und weißer spitze umhüllt das ist also das berühmte überraschungskind schau mir doch in die Augen Mädchen Ciri zuckte zusammen und zog den Kopf ein nein darum beneidete sie jennefer nicht das wollte sie nicht gern haben und nicht einmal anschauen diese Augen feilchen blau tief wie unergründliche sehen sonderbar blitzend leidenschaftslos und böse erschreckend die zauberin wandte sich der beleibten erzpriesterin zu der stern an ihrem hals flammte im widerschein der sonne auf die zum fenster des refektoriums hereinfiel ja nennecke kein zweifel man braucht nur in diese grünen augen zu schauen um zu wissen dass sie etwas an sich hat die hohe stirn die ebenmäßigen braunbögen die schöne stellung der augen die schmalen nasenflügel die langen finger die schwache haarpigmentierung offensichtlich das erbe der elfen obwohl sie nicht viel davon in sich hat ein urgroßvater oder eine urgroßmutter unter den elfen habe ich es getroffen ich kenne ihren stammbaum nicht er hat mich nicht interessiert groß für ihr alter die zauberin taxierte ziri immer noch mit blicken das mädchen kochte vor wut und verärgerung kämpfte gegen den übermächtigen wunsch an herausfordernd loszuschreien aus voller lunge zu brüllen mit den füßen aufzustampfen und wegzulaufen in den park dabei den blumentopf vom tisch zu stoßen und so mit der tür zu knallen dass der putz von der decke rieselte nicht schlecht entwickelt hat sie in der kindheit irgendwelche ansteckenden krankheiten durchgemacht ach danach hast du sie sicherlich auch nicht gefragt bei dir war sie nicht krank nein migräneanfälle ohnmacht neigung zu erkältungen menstruationsprobleme nein nur diese träume ich weiß davon hat er geschrieben aus seinem brief geht hervor dass man mit ihr in kermorhen keinerlei experimente angestellt hat ich würde gern glauben dass das wahr ist es ist wahr sie haben ihr nur natürliche stimulantien gegeben stimulantien sind niemals natürlich niemals eben diese stimulantien können bei ihr die erscheinungen verstärkt haben verdammt so eine verantwortungslosigkeit hätte ich ihm nicht zugetraut beruhige dich ich habe gesagt dass es natürliche absolut unschädliche mittel waren entschuldige meine liebe aber davon verstehe ich mehr als du ich weiß dass es dir über allemaßen schwerfällt jemandes autorität anzuerkennen aber in diesem fall muss ich sie gegen dich geltend machen und dabei wollen wir es bewenden lassen wie du willst na komm mädchen wir haben nicht allzu viel zeit es wäre eine sünde sie zu vergeuden ziri unterdrückte mit mühe das zittern ihrer hände schluckte schaute nennecke fragend an das gesicht der erzpriesterin war ernst und wie bekümmert und das lächeln mit dem sie auf die stumme frage antwortete widerwärtig gekünstelt du wirst jetzt mit frau jennefer gehen eine zeitlang wird frau jennefer deine betreuerin sein du wunderst dich sicherlich dass dich plötzlich eine meisterin der magie unter ihren schutz nimmt aber du bist ein vernünftiges mädchen ziri du kannst dir denken was der grund ist du hast von deinen vorfahren gewisse eigenschaften geerbt du weißt wovon ich rede du bist zu mir gekommen damals nach diesen träumen nach dem nächtlichen aufruhr im dormitorium ich habe dir nicht helfen können aber frau jennefer frau jennefer wird tun was zu tun ist gehen wir mädchen nenneke nickte und versuchte vergeblich ihrem lächeln wenigstens den anschein von natürlichkeit zu geben geh geh kind denk daran dass es eine große ehre ist jemanden wie frau jennefer zur betreuerin zu haben mach dem tempel und uns deinen lehrerinnen keine schande und sei gehorsam heute nacht laufe ich weg beschloss ziri insgeheim zurück nach kermorhen ich stehle ein pferd aus dem stall und mehr sehen sie hier nicht von mir ich werde fliehen genau wie bitte was hast du gesagt nichts nichts es ist dir nur so vorgekommen oder vielleicht ist es mir so vorgekommen schau dir deinen Schützling an Nennecke wütend wie eine Katze die Augen funkeln gleich wird sie los fauchen und wenn sie die Ohren anlegen könnte täte sie's eine Hexerin ich werde sie hart an die Kandaren nehmen müssen ihr die Krallen stutzen mehr Verständnis bitte begegne ihr mit Herz und Verständnis sie ist wirklich nicht wofür du sie hältst was willst du damit sagen sie ist nicht deine Rivalin Jennifer einen Moment lang maßen sie einander mit blicken beide die Zauberin und die Priesterin und Ciri spürte ein Zittern in der Luft eine seltsame schreckliche Kraft die zwischen ihnen hin und her floss es dauerte nur den Bruchteil einer Sekunde dann verschwand die Kraft und Jennifer lachte auf ich hatte es vergessen immer auf seiner Seite was Nenneke immer voll Sorge um ihn wie eine Mutter die er niemals hatte und du bist immer gegen ihn wie üblich bedenkst du ihn mit starken Gefühlen und du wehrst dich aus ganzer Kraft dagegen dieses Gefühl womöglich beim Namen zu nennen wieder spürte Ciri wie irgendwo unten im Bauch Wut aufstieg in den Schläfen Stasen und Aufsässigkeit pochten sie rief sich in Erinnerung wie oft und bei welchen Gelegenheiten sie diesen Namen gehört hatte Jennifer den Namen der Unruhe auslöste der für irgendein bedrohliches Geheimnis stand sie konnte sich denken was das für ein Geheimnis war Sie reden vor mir ganz offen ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen dachte sie und sie spürte wie ihre Hände abermals zu zittern begannen Sie kümmern sich überhaupt nicht um mich beachten mich nicht als wäre ich ein Kind Sie reden vor mir in meiner Anwesenheit und über Geralt aber das dürfen sie ja nicht denn ich ich bin seine Tochter du wiederum Nenneke ergehst dich wie üblich in Analysen fremder Gefühle und deutest sie zu allem Überfluss auch noch nach eigenem Gutdünken und ich stecke meine Nase in fremde Angelegenheiten das wollte ich nicht sagen danke dass du das für mich getan hast doch jetzt wollen wir bitte das Thema wechseln denn derjenige über den wir reden ist ausnehmend dumm man schämt sich geradezu vor unserer jungen Adeptin was aber das Verständnis angeht und dass du mich gebeten hast ich werde verständnisvoll sein mit dem Herzen könnte es Schwierigkeiten geben denn es wird allgemein angenommen dass ich kein solches Organ besitze aber wir werden irgendwie zurecht kommen nicht wahr Überraschungskind Jennifer lächelte Ciri zu und gegen ihren Willen der Wut und Gereiztheit zum Trotz musste Ciri das Lächeln erwidern denn das Lächeln der Zauberin war unerwartet nett wohlwollend herzlich und sehr sehr schön sie hörte sich Yennefers Rede an wobei sie ihr demonstrativ den Rücken zukehrte und so tat als gelte ihre ganze Aufmerksamkeit einer Hummel die in der Blüte einer der Malven summte welche unter der Tempelmauer wuchsen Es hat mich niemand gefragt Wonach hat dich niemand gefragt Ciri wirbelte in einer Halbpirouette herum hieb wütend mit der Faust nach der Malve Die Hummel flog weg summte dabei zornig und feindselig Yennefer stemmte die Arme in die Hüften ihre Augen blitzten Es hat mich niemand gefragt ob ich will dass du mich unterrichtest Was für ein Zufall Stell dir vor mich hat auch niemand gefragt ob ich Lust habe dich zu unterrichten Lust tut dabei übrigens nichts zur Sache Ich befasse mich nicht mit dem Erstbesten und du kannst dich entgegen allem Anschein immer noch als eine Erstbeste erweisen Man hat mich gebeten festzustellen wie es sich mit dir verhält zu untersuchen was in dir steckt und welche Gefahr dir davon droht und ich habe mich wenn auch widerstrebend dazu bereit erklärt Aber ich habe mich noch nicht bereit erklärt Die Zauberin hob die Hand bewegte sie Ciri spürte wie sich in den Schläfen etwas spannte und in den Ohren begann es zu rauschen so wie wenn sie Speichel hinunterschluckte nur viel stärker sie empfand Schläfrigkeit und Schwäche eine Müdigkeit die ihr den Hals steif machte die Knie weich werden ließ Yenne versenkte die Hand und die Empfindungen verschwanden augenblicklich hör hör aufmerksam zu überraschungskind ich kann dich mühelos verzaubern hypnotisieren oder in Trance versetzen ich kann dich lähmen dir gewaltsam ein Elixier einflößen dich nackt ausziehen auf den Tisch legen und ein paar Stunden lang untersuchen dabei Erholungspausen machen und du wirst da liegen und zur Decke starren ohne auch nur die Augäpfel bewegen zu können so würde ich mit der erstbesten Rotznase verfahren mit dir möchte ich nicht so verfahren denn man sieht auf den ersten Blick dass du ein intelligentes und stolzes Mädchen bist dass du Charakter hast ich möchte weder dir noch mir Schande machen vor Geralt denn er ist es der mich gebeten hat deine Fähigkeiten zu untersuchen dir dabei zu helfen mit ihnen zurecht zu kommen er hat dich gebeten warum er hat mir nichts davon gesagt er hat mich überhaupt nicht gefragt darauf versteifst du dich immer zu niemand hat dich nach deiner Meinung gefragt niemand hat sich die Mühe gemacht festzustellen was du willst und was nicht vielleicht hast du Anlass gegeben dass man dich für eine widerspenstige starrsinnige Rotznase hält bei der sich solche Fragen nicht lohnen aber ich will es riskieren und dir die Frage stellen die niemand gestellt hat wirst du dich den Tests unterwerfen und was ist das was sind das für Tests und warum ich 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 habe dir schon erklärt wenn du es nicht verstanden hast wird es schwierig ich habe nicht vor dein wahrnehmungsvermögen zu verfeinern oder an deiner intelligenz zu arbeiten testen kann ich eine kluge ebenso gut wie eine dumme ich bin nicht dumm ich habe alles verstanden umso besser aber ich eigne mich nicht zur zauberin ich habe überhaupt keine fähigkeiten ich werde niemals eine zauberin und will auch keine sein ich bin geral ich bin zur hexerin feuer bestimmt hierher bin ich nur übergangsweise gekommen ich werde bald nach kermor hin zurückkehren du starrst immerzu auf mein Deköte siehst du dort etwas unerwartetes oder bist du einfach nur neidisch dieser stern woraus ist der diese steinchen bewegen sich und leuchten so seltsam sie pulsieren das sind aktive brillanten in obsidian eingelassen willst du sie aus der nähe sehen anfassen ja nein ich will nicht was soll mir das es interessiert mich nicht ganz und gar nicht ich bin eine hexerin ich habe überhaupt keine magischen fähigkeiten zur zauberin neigne ich mich nicht das ist doch wohl klar denn ich bin und überhaupt die zauberin setzte sich auf die an der wand stehende kleine steinerne bank und widmete sich der betrachtung ihrer fingernägel und überhaupt muss ich es mir überlegen komm her setz dich zu mir ich brauche zeit zum nachdenken richtig das ist eine ernste angelegenheit das muss man sich überlegen und was und hast du es dir überlegt ziri sprang auf ich 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 machst du dich über mich lustig ich brauche zeit ich muss es mir überlegen länger den ganzen tag lang und die nacht jennefer schaute ihr in die augen und ziri zog sich unter diesem blick zusammen das sprichwort sagt dass man etwas überschlafen soll aber in deinem fall überraschungskind kann die nacht einzig und allein den nächsten albtraum bringen du wirst wieder mit geschrei und schmerzen aufwachen schweißgebadet du wirst dich wieder fürchten dich fürchten vor dem was du gesehen hast vor dem woran du dich nicht erinnern kannst und du wirst die nacht keinen schlaf mehr finden nur grauen bis zum morgen überraschungskind vertrau mir die schulter der zauberin war warm der schwarze samt des kleides verlangte geradezu nach einer berührung der geruch von flieder und stachelbeeren war angenehm betörend die umarmung beruhigte und linderte löste die spannung besänftigte die erregung brachte zorn und aufruhr zur ruhe du wirst dich den tests unterziehen überraschungskind ja Ciri war klar dass sie durchaus nicht zu antworten brauchte denn das war gar keine frage gewesen ich verstehe überhaupt nichts mehr erst sagst du dass ich Fähigkeiten besitze weil ich diese träume habe aber du willst Tests machen und es überprüfen was ist also habe ich Fähigkeiten oder nicht auf diese Frage werden die Tests eine Antwort geben die Tests die Tests ich habe keine Fähigkeiten sag ich dir wenn ich welche hätte dann wüsste ich es doch wohl oder na aber und wenn ich rein zufällig Fähigkeiten hätte was dann es gibt zwei Möglichkeiten die Fähigkeiten müssen entweder unterdrückt werden oder du musst lernen sie zu beherrschen wenn du begabt bist und es willst werde ich versuchen dir ein wenig elementares wissen über die Magie zu vermitteln was heißt elementar die anfangsgründe die zauberin öffnete das fenster sie waren allein in dem großen zimmer das nenneke der zauberin zugewiesen hatte und das neben der bibliothek lag im unbewohnten seitenflügel des gebäudes ciri wusste dass dieses zimmer gästen zur verfügung gestellt wurde sie wusste dass gerald jedes mal wenn er sie besuchte überhaupt wenn er im tempel gewesen war hier wohnte sie setzte sich auf das bett fuhr mit der hand über den damast der bettdecke du willst mich unterrichten du willst mich hier weg holen ja ich werde niemals mit dir mit reiten jenne veröffnete die riemen der satteltaschen dann reite ich eben allein und ich versichere dir ich werde keine sehnsucht haben ich habe dir doch gesagt mit deiner qualifikation werde ich mich nur befassen wenn du es willst und ich kann das hier an ort und stelle tun wie lange wird meine qua meine ausbildung dauern so lange du willst die zauberin bückte sich öffnete eine kleine kommode holte einen alten ledertonnister hervor zwei stiefel mit pelzbesatz und ein tönernes mit weiden ruten umflochtenes fläschchen ciri hörte wie sie halblaut fluchte verdammt und gleichzeitig lächelte sie sah wie jennefer die fundstücke zurück in die kommode schob ciri wusste wem sie gehörten wer sie hier zurückgelassen hatte was heißt solange ich will wenn mich deine lehre langweilt oder mir nicht gefällt dann hörst du damit auf du brauchst es mir nur zu sagen oder zu erweisen erweisen wie falls wir uns für die ausbildung entscheiden werde ich absoluten gehorsam verlangen ich wiederhole absoluten wenn dir also der unterricht leid wird genügt es wenn du mir ungehorsam erweist dann hört die ausbildung sofort auf klar jennifer packte die satteltaschen aus zweitens werde ich absolute ehrlichkeit verlangen du wirst nichts von mir verheimlichen dürfen nichts wenn du also merkst dass du genug hast brauchst du nur zu lügen mir etwas vorzumachen oder zu verheimlichen wenn ich dich nach etwas frage und du nicht ehrlich antwortest bedeutet das ebenfalls das unverzügliche ende der ausbildung hast du mich verstanden ja und diese ehrlichkeit gilt die für beide seiten werde ich dir fragen stellen können natürlich das versteht sich von selbst darauf beruhen die ausbildung und die betreuung die ich dir zuteil werden lassen will die ehrlichkeit gilt für beide seiten du kannst mir fragen stellen jederzeit und ich werde sie beantworten ehrlich jede frage jede von diesem augenblick an ja von diesem augenblick an was ist zwischen dir und gerald frau jennefer ciri wurde beinahe ohnmächtig frappiert von der eigenen dreistigkeit erstarrt von der stille die sich nach der frage herab senkte die zauberin kam langsam auf sie zu legte ihr die hände auf die schultern schaute ihr tief in die augen sehnsucht trauer hoffnung und furcht ja anscheinend habe ich nichts ausgelassen und nun können wir mit den tests beginnen du kleine grünäugige schlange wir werden feststellen ob du dich eignest obwohl ich mich nach deiner frage sehr wundern würde wenn sich heraus stellte dass du ungeeignet bist gehen wir eulchen warum nennst du mich so um jennifers mundwinkel spielte ein lächeln weil ich dir ehrlichkeit versprochen habe ciri richtete sich irritiert auf rutschte ungeduldig auf dem stuhl hin und her der hart war und nach mehreren stunden des sitzens gegen den hintern drückte sie wischte an ihm die von dem kohlestift schmutzigen hände ab dabei kommt nichts heraus weil ich ja nicht nichts gelingt mir ich eignet mich nicht zur zauberin ich habe es von anfang an gewusst aber du hast nicht auf mich hören wollen du hast es überhaupt nicht beachtet ich wollte dir nicht zuhören sagst du interessant für gewöhnlich achte ich auf jeden Satz der in meiner Gegenwart gesagt wird und merke ihn mir unter der Bedingung dass der Satz wenigstens ein Quäntchen Sinn enthält immerzu machst du dich lustig aber ich wollte dir nur sagen na wegen dieser Fähigkeiten denn weißt du dort in Kermorhen in den Bergen ich habe kein einziges Hexerzeichen zustande gebracht kein einziges das das weiß ich du weißt ja aber das hat nichts zu besagen wieso nun aber das ist noch nicht alles ich bin ganz ohr ich eigne mich nicht verstehst du das ich bin zu jung ich war jünger als ich begonnen habe aber bestimmt warst du nicht worum geht es dir Mädchen hör auf zu stottern wenigstens einen vollständigen Satz bitte sehr weil weil Jola Murre Eurneid und Katje als wir beim Essen waren sich über mich lustig gemacht und gesagt haben dass Zauber nicht an mich herankommt und ich keinerlei Magie machen kann weil weil ich eine Jungfrau bin das heißt stell dir vor ich weiß was das heißt du wirst das sicherlich wieder für bösartigen Spott halten aber ich muss dir leider mitteilen dass du Unsinn redest machen wir mit dem Test weiter ich bin eine Jungfrau was sollen diese Tests eine Jungfrau kann nicht zaubern ich sehe keinen Ausweg also geh und verliere die Jungfräulichkeit wenn sie dich so sehr stört ich warte inzwischen aber beeil dich wenn du kannst machst machst dich über mich lustig du hast es bemerkt ich gratuliere du hast den Eingangstest auf rasche Auffassungsgabe bestanden und jetzt der eigentliche Test schärfe bitte deine Aufmerksamkeit schau auf diesem Bild sind vier kleine Kiefern jede hat eine andere Anzahl Äste mal die fünfte so dass sie zu diesen vier passt so wie sie an diese leere Stelle gehört Kiefern sind dumm und langweilig mit herausgestreckter Zunge malte Ciri ein etwas schiefes Bäumchen die Zauberin nahm den Bogen und betrachtete kritisch die Zeichnung ich verstehe nicht was haben Kiefern mit Magie zu tun was Frau Jennifer du hast versprochen auf meine Fragen zu antworten leider mir scheint dass ich dieses versprechen noch bereuen werde was Kiefern mit Magie zu tun haben nichts aber du hast richtig gezeichnet und schnell genug wirklich für ein Mädchen sehr gut lachst du über mich nein ich lache selten ich brauche einen wirklich wesentlichen grund um zu lachen konzentrier dich auf das neue blatt überraschungskind da sind reingezeichnet die aus Sternen ringen kreuzchen und dreiecken bestehen in jeder reihe gibt es von jedem element eine andere anzahl überleg und sag mir wie viele sterne müssen in der letzten Reihe sein sterne sind dumm wie viele mädchen drei jennefer schwieg lange den blick auf ein nur ihr bekanntes detail der geschnitzten schranktür gerichtet das boshafte lächeln in ciris gesicht begann allmählich zu weichen bis es schließlich ganz verschwunden war du warst sicherlich neugierig was passiert wenn du mir eine sinnlose und dumme antwort gibst vielleicht hast du gedacht dass ich es nicht merke weil mich deine antworten überhaupt nicht interessieren da hast du falsch gedacht hast du vielleicht geglaubt dass ich einfach zur kenntnis nehme dass du nicht klug bist da hast du falsch geglaubt aber wenn dir die Tests langweilig geworden sind und du beschlossen hast zur abwechslung mich zu testen na das ist dir ja wohl gelungen so oder so dieser Test ist beendet gib mir das Blatt entschuldige Frau Jennifer da muss natürlich ein Stern sein ich bitte sehr um Entschuldigung bitte sei mir nicht böse schau mich an Ciri das Mädchen hob überrascht den Blick denn die Zauberin hatte sie zum ersten Mal mit ihrem Namen angesprochen Ciri du musst wissen dass ich entgegen dem Anschein ebenso selten böse bin wie ich lache ich bin dir nicht böse und mit deiner Entschuldigung hast du bewiesen dass ich mich in dir nicht getäuscht habe und jetzt nimm das nächste Blatt wie du siehst sind darauf fünf Häuschen male das sechste Häuschen wieder ich verstehe wirklich nicht wozu das sechste Häuschen hier an der freien Stelle lass es mich nicht noch einmal sagen bitte nach nach den Äpfeln Kiefern Bäumchen Sternen Fischen und Häuschen kamen Labyrinthe an die Reihe aus denen man sehr schnell den Ausweg finden musste Wellenlinien machte das seltsamer weise überhaupt nichts aus obwohl sie einmal böse angeschrien hatte als Ciri versuchte über einem der Schabenkleckse ein wenig wegzudämmern vom gebeugten sitzen über den Tests bekam sie Schmerzen im Genick und im Rücken und das von Tag zu Tag heftiger sie sehnte sich nach Bewegung und frischer Luft und sagte das da sie sich ja zur Ehrlichkeit verpflichtet hatte sogleich Yennefer die Zauberin nahm es so glatt hin als habe sie schon lange darauf gewartet Zwei Tage lang liefen die beiden durch den Park sprangen unter den belustigten oder mitleidigen Blicken der Priesterinnen und Adeptinnen über Gräben und Zäune sie machten Gymnastik übten die Balance indem sie auf der Krone der kleinen Mauer entlang gingen die den Garten und die Wirtschaftsgebäude umgab im Gegensatz zu dem Training in Kermorhen gingen die Übungen mit Yennefer jedoch stets mit Theorie einher die Zauberin lehrte Ciri richtiges Atmen indem sie die Bewegungen von Brust und Zwerchfell mit einem starken Händedruck steuerte sie erklärte die Prinzipien der Bewegung die Funktion von Muskeln und Knochen sie führte vor wie man sich erholt sich entspannt und abschaltet Während einer dieser Erholungspausen stellte Ciri auf dem Gras ausgestreckt und den Blick gen Himmel gerichtet die Frage die ihr keine Ruhe ließ Frau Jennifer wann sind wir endlich fertig mit diesen Tests sind sie dir denn so lästig nein aber ich möchte wissen ob ich mich zur Zauberin eignen du eignest dich das weißt du schon ich habe es von Anfang an gewusst wenige Leute sind im Stande wahrzunehmen dass mein Stern aktiv ist sehr wenige du hast es sofort bemerkt und die Tests sind abgeschlossen ich weiß jetzt über dich was ich wissen wollte aber manche Aufgaben sie sind mir nicht besonders gut gelungen du hast selber gesagt das weißt du es wirklich genau du hörst dich nicht du bist sicher dass ich Fähigkeiten habe ich bin mir sicher aber Ciri seit dem Augenblick als wir uns auf die Wiese gelegt haben unterhalte ich mich mit dir ohne die Stimme zu benutzen das nennt man Telepathie merk es dir und sicherlich hast du bemerkt dass unser Gespräch davon nicht schwieriger wird den Blick zum Himmel über den Bergen gerichtet legte Yennefer die Hand auf den Sattel Knauf Magie ist nach Ansicht mancher Leute eine Verkörperung des Chaos sie ist ein Schlüssel mit dem man verbotene Türen öffnen kann Türen hinter denen der Albtraum Gefahr und unvorstellbares Grauen lauern hinter denen feindliche zerstörerische Kräfte warten die Mächte des reinen Bösen die nicht nur den vernichten können der die Türen öffnet sondern die ganze Welt dazu und da es nicht an Leuten fehlt die sich an diesen Türen zu schaffen machen wird irgendwann jemandem ein Fehler unterlaufen und dann wird der Weltuntergang vorherbestimmt und unausweichlich sein die Magie ist daher die Rache des Chaos dass die Menschen nach der Sphären Konjunktion gelernt haben sich der Magie zu bedienen ist Fluch und Verderben der Welt das Verderben der Menschheit und so ist es Ciri diejenigen die Magie für Chaos halten irren sich nicht der schwarze Hengst der Zauberin wierte auf einen Fersendruck hin anhaltend und ging langsam durchs Heidekraut Ciri trieb ihr Pferd an tritt hinter dreien zog gleich das Heidekraut reichte bis zu den Steigbügeln Magie ist nach Ansicht mancher Leute eine Kunst eine große elitäre Kunst die schöne und ungewöhnliche Dinge zu erschaffen vermag Magie ist ein Talent das nur wenigen Auserwählten verliehen ist die anderen denen das Talent fehlt können nur voller Staunen und Neid auf die Arbeitsergebnisse der Künstler schauen können die erschaffenen Werke bewundern und zugleich fühlen dass die Welt ohne diese Werke und ohne dieses Talent armseliger wäre dass nach der Sphären Konjunktion einige Auserwählte sich in Talent und Magie entdeckt haben dass sie sich in die Kunst gefunden haben ist ein Segen des Schönen und so ist es die jenigen die Magie für eine Kunst halten haben ebenfalls recht auf der runden kahlen Hügelkuppe die aus dem Heidekraut herausragte wie der Rücken eines lauernden Raubtiers lag ein riesiger Felsblock der auf mehreren anderen kleineren Steinen ruhte die Zauberin lenkte das Pferd zu ihm hin ohne ihre Ausführungen zu unterbrechen es gibt auch Leute denen zu Folge Magie eine Wissenschaft ist um sie zu meistern genügen Talent und angeborene Fähigkeiten nicht unerlässlich sind Jahre gründlicher Studien und angestrengter Arbeit notwendig sind Ausdauer und innere Disziplin Die so erworbene Magie ist Wissen ist Erkenntnis deren Grenzen von klugen und lebhaften Geistern ständig erweitert werden durch Erfahrung Experiment Praxis Die so erworbene Magie ist ein Fortschritt sie ist Flug Webstuhl Wassermühle Hochofen Hebel und Flaschenzug sie ist Fortschritt Entwicklung Veränderung eine unablässige Bewegung aufwärts zum Besseren zu den Sternen Dass wir nach der Sphären Konjunktion die Magie entdeckt haben wird uns eines Tages erlauben die Sterne zu erreichen Steig ab Ciri Merke dir das Ciri Und nun komm her zu mir Das Mädchen schluckte trat näher Die Zauberin legte ihr den Arm um die Schultern Merke es dir Magie ist Chaos Kunst und Wissenschaft sie ist Fluch Segen und Fortschritt Alles hängt von dem ab der sich der Magie bedient Wie und zu welchem Zweck Magie aber ist überall überall rings umher leicht zugänglich Man braucht nur die Hand aus zu strecken Schau Ich strecke die Hand aus Der Kommlech erzitterte fühlbar Ciri hörte ein dumpfes fernes Brausen ein aus der Tiefe der Erde dringendes Rasseln Das Heidekraut begann zu wogen von einem Windstoß zu Boden gedrückt der plötzlich auf die Anhöhe fiel Der Himmel verfinsterte sich auf einen Schlag von Wolken verhangen die mit unheimlicher Geschwindigkeit dahin eilten Das Mädchen spürte Regentropfen auf dem Gesicht Sie kniff die Augen unter dem Feuerschein der Blitze zusammen die plötzlich den Horizont überzogen Instinktiv presste sie sich an die Zauberin an ihre schwarzen nach Flieder und Stachelbeeren riechenden Haare Die Erde auf der wir einher gehen das Feuer das in ihrem Inneren nicht erlischt das Wasser aus dem alles Leben gekommen ist und ohne dass es kein Leben gibt die Luft die wir atmen man braucht nur die Hand auszustrecken um sie zu beherrschen sie sich dienstbar zu machen Magie ist überall sie ist in der Luft im Wasser in der Erde und im Feuer und sie ist hinter den Türen die die Sphärenkonjunktion vor uns verschlossen hat von dort her hinter den verschlossenen Türen hervor streckt die Magie manchmal die Hand zu uns aus nach uns du weißt davon nicht wahr du hast die Berührung der Magie schon gespürt die Berührung der Hand hinter den verschlossenen Türen hervor diese Berührung hat dich mit Furcht erfüllt solch eine Berührung erfüllt jeden mit Furcht denn in jedem von uns sind Chaos und Ordnung gut und böse aber das kann man und muss man beherrschen das muss man lernen und du wirst es lernen Ciri dazu habe ich dich hierher geführt zu diesem Stein der seit unvordenklichen Zeiten über einem Knotenpunkt von Adern steht in denen die Kraft pulsiert berühre ihn der Felsblock zitterte vibrierte und zusammen mit ihm zitterte und vibrierte die ganze Anhöhe die Magie streckt die Hand nach dir aus Ciri nach dir seltsames Mädchen Überraschungskind Kind des älteren Blutes des Elfenblutes seltsames Mädchen verstrickt in Bewegung und Veränderung in Vernichtung und Wiedergeburt vorherbestimmt und selbst Vorherbestimmung Die Magie streckt hinter den verschlossenen Türen hervor die Hand nach dir aus Nach dir kleines Sandkörnchen im Getriebe der Schicksalsuhr Nach dir streckt seine Krallen das Chaos aus das sich noch immer nicht sicher ist ob du zu seinem Werkzeug werden wirst oder aber zu einem Hindernis für seine Pläne Was dir das Chaos in deinen Träumen zeigt ist gerade jene Ungewissheit Das Chaos fürchtet dich Kind der Vorherbestimmung und es will bewirken dass du es bist die Furcht empfindet Ciri erzitterte vor Kälte und Verwunderung das Chaos kann dir nicht zeigen was du wirklich bist also zeigt es dir die Zukunft zeigt dir was geschehen wird es will dass du dich vor den kommenden Tagen fürchtest dass die Angst vor dem was dir und deinen Nächsten widerfahren wird dich zu lenken beginnt dass sie dich ganz und gar beherrscht darum schickt das Chaos die Träume du wirst mir jetzt zeigen was du in den träumen siehst und du wirst dich fürchten doch dann wirst du dich erinnern und die Furcht bezwingen schau auf meinen Stern Ciri wende den Blick nicht von ihm sprich ich befehle es dir blut jennifers lippen zerquetscht und zerschlagen bewegen sich lautlos verströmen blut weiße felswände huschen im galopp vorbei ein pferd wird ein sprung ein abgrund bodenlos ein flug ein nicht endender flug der abgrund in der tiefe des abgrunds rauch eine treppe die hinab führt weiße deriat eb egean etwas geht zu ende was elaine blad fea in red kind des älteren blutes sprich sprich jennifers stimme scheint von weit her zu kommen sie ist dumpf weckt echos inmitten der von nesse triefenden felswände elaine blad sprich die feilchenblauen augen blitzen brennen in dem schmal und vor qual schwarz gewordenen gesicht verdeckt von einem schwall struppiger schmutziger schwarzer haare dunkelheit feuchtigkeit gestank die durchdringende kälte der steinernen wände die kälte des eisens an den handgelenken den füßen der abgrund auch die abwärts führende treppe die treppe die sie hinab gehen muss muss weil weil etwas zu ende geht weil das ted der reat naht die zeit des endes eine zeit der wolfsstürme die zeit der weißen kälte und des weißen lichts das löwenjunge muss sterben die staats raison die gibt es hier keinen anderen ausgang nein sagt gerold gibt es nicht nur diese treppe so muss es sein mädchen jen will den himmel sehen und ich will den himmel sehen jen und dich ihre lippen bewegen sich nicht sie sind von fahlen blau blut überall blut die ganze treppe ist voller blut nur nicht ausrutschen denn ein hexer stolpert nur einmal eine klinge blitzt auf tot hinab die treppe hinab rauch feuer wahnsinniger galopp das donnern der hufe feuer rings umher halte aus halte aus löwen junges von zintra das schwarze pfeifend herab eine wollte ziri finte pirouette parade wollte wollte zu langsam fragen as l stoß blendet die augen mit einem blitz erschüttert den ganzen körper Der Schmerz lähmt sie für einen Moment, macht sie benommen, gefühllos. Dann bricht er plötzlich mit ungeheurer Kraft hervor, kreilt sich mit grausamen, scharfen Klauen in die linke Wange. Reißt, dringt hindurch, strahlt auf den Hals aus, die Gurgel, die Brust, die Lunge. Thierry? Thierry? Am Rücken und Hinterkopf fühlte sie die raue, unangenehm reglose Kälte des Steins. Sie erinnerte sich nicht, wann sie sich gesetzt hatte. Jennifer kniete neben ihr. Sanft aber entschieden, öffnete sie ihr die Finger, führte die Hand von der linken Wange weg. In der Wange hämmerte, pulsierte der Schmerz. Die Zauberin berührte ihr Gesicht. Ihre Hand war kalt wie Eis. Der Schmerz hörte augenblicklich auf. Das Mädchen schloss die Augen. Ich habe gesehen. Das war wie in den Träumen. Den schwarzen Ritter. Geralt. Und dann noch. Dich. Ich habe dich gesehen, Frau Jennifer. Ich weiß. Ich habe dich gesehen. Habe gesehen, wie... Nie wieder. Du wirst das nie mehr sehen. Nie mehr wirst du davon träumen. Ich werde dir Kraft geben, die diese Albträume von dir vertreibt. Dazu habe ich dich hierher geführt, Ciri, um dir diese Kraft zu zeigen. Morgen beginne ich, sie dir zu geben. Es folgten schwere, anstrengende Tage. Tage intensiven Studiums. Erschöpfender Arbeit. Jennifer war resolut. Fordernd. Oft streng. Manchmal richtig böse. Aber langweilig war sie nie. Früher hatte Ciri in der Tempelschule mit Mühe dagegen angekämpft, dass ihr die Lieder zufielen. Und es war auch vorgekommen, dass sie während des Unterrichts einschlief. Von der monotonen, sanften Stimme von Nenneke, Jola der Ersten, Choswit oder einer anderen unterrichtenden Priesterin eingelullt. Bei Jennifer war das unmöglich. Und nicht nur im Hinblick auf das Tambre ihrer Stimme, auf die von ihr benutzten, kurzen, scharf akzentuierten Sätze. Am wichtigsten war der Inhalt des Unterrichts. Des Unterrichts in Magie. Eines faszinierenden, erregenden, fesselnden Unterrichts. Den größten Teil des Tages verbrachte sie mit Jennifer. Ins Dormitorium kehrte sie spät in der Nacht zurück. Fiel wie ein Stein ins Bett, schlief sofort ein. Die Adeptinnen beschwerten sich, sie schnarche schrecklich, versuchten sie zu wecken. Vergebens. Ciri schlief fest. Ohne Träume. Oh, Götter. Das ist doch so einfach. Wenn du es nicht schaffst, diese Geste zu beherrschen, was soll da mit den schwierigeren werden? Äh, von wegen einfach. Pfeh. Äh. Ciri wandte sich um, rieb sich die taub gewordene Hand. Äh. Schau dir noch einmal die Zeichnung an. Sieh, wie die Fingerstellung sein muss. Beachte die Erklärungspfeile und die Runen, die die Geste beschreiben, welche man ausführen muss. Ich habe mir diese Zeichnung schon tausendmal angeschaut. Die Runen verstehe ich. Wort Kaelme. Is Veloé. Von sich weg. Langsam. Nach unten schnell. Die Handfläche... So? Und der kleine Finger? Den kann man nicht so halten, ohne gleichzeitig den Ringfinger krumm zu machen. Gib mir die Hand. Au! Leise, Ciri. Sonst kommt Nenneke wieder gelaufen, weil sie denkt, dass ich dir bei lebendigem Leibe die Haut abziehe oder dich in Öl brate. Verändere die Fingerstellung nicht. Verändere die Fingerstellung nicht. Ich habe einen Monat lang den Armen der Schlinge getragen. Hast du denn Hände aus Holz? Meine Hände sind an das Schwert gewöhnt. Davon kommt das. Unsinn. Gerald hat sein Leben lang mit dem Schwert herumgefuchtelt, aber seine Finger sind geschickt und... sehr feinfühlig. Weiter, Ölchen. Versuch es noch einmal. Na, siehst du? Du brauchst es nur zu wollen. Du brauchst dir nur Mühe zu geben. Noch einmal. Gut. Schüttle die Hand aus. Und noch einmal. Gut. Bist du müde? Ein bisschen. Warte. Ich massiere dir Hand und Handgelenk. Ciri. Warum benutzt du die Salbe nicht, die ich dir gegeben habe? Deine Pfötchen sind rau wie bei einem Kormoran. Und was ist das? Die Spur von einem Ring, ja? Bilde ich mir das ein, oder habe ich dir verboten, Schmuck zu tragen? Aber ich habe diesen Ring von Möhre beim Kreiseln gewonnen. Und ich habe ihn nur einen halben Tag lang getragen. Ein halber Tag ist zu lange. Trag ihn bitte nicht mehr. Ich verstehe nicht, warum ich nicht... Du brauchst es nicht zu verstehen. Ich bitte dich, keinerlei Schmuck dieser Art zu tragen. Wenn du willst, kannst du dir eine Blume ins Haar stecken, dir einen Kranz winden. Aber kein Metall, keinen Kristall, keinen Stein. Das ist wichtig, Ciri. Wenn es an der Zeit ist, werde ich dir den Grund erklären. Zunächst vertrau mir und richte dich nach meiner Bitte. Du trägst deinen Stein, Armreifen und Ringe. Und ich darf es nicht? Liegt es daran, dass ich eine... Jungfrau bin? Eulchen. Was reitest du nur immer auf dieser Sache herum? Ich habe dir doch schon erklärt, dass es keine Bedeutung hat, ob du eine bist oder nicht. Gar keine. Wasch dir morgen die Haare, denn ich sehe, dass es an der Zeit ist. Frau Yennefer? Ja? Kann ich... Bei der Ehrlichkeit, die du mir versprochen hast... Kann ich dich etwas fragen? Kannst du. Aber bei den Göttern, bloß nicht wegen der Jungfräulichkeit, bitte. Na schön. Meinetwegen. Frag. Es ist nämlich so. Die Mädchen im Dormitorium schwätzen andauernd und erzählen alle möglichen Geschichten. Vom Belletine-Fest und so. Und über mich sagen sie, dass ich eine Rotznase bin und ein Kind, weil es schon an der Zeit wäre... Frau Yennefer, ist das wirklich so? Wie merkt man, dass es an der Zeit ist... Dass man mit einem Mann ins Bett gehen kann? Das kann man leicht feststellen. Wenn du anfängst, darüber nachzudenken, dann ist das ein Zeichen, dass es soweit ist. Aber ich will überhaupt nicht. Noch nicht. Es ist keine Pflicht. Wenn du nicht willst, tust du es nicht. Und dieser... Na... Mann... Wie merkt man, dass es der Richtige ist, mit dem man... Ins Bett gehen kann? Mhm. Wenn man überhaupt die Auswahl hat, aber weiter keine Erfahrung, dann bewertet man in erster Linie nicht den Mann, sondern das Bett. Was heißt... Das Bett? Genau das. Diejenigen, die überhaupt kein Bett haben, fallen sofort weg. Von den übrigen sonderst du die aus, die schmutzige und unordentliche Betten haben. Und wenn nur noch die übrig sind, die saubere und ordentliche Betten haben, suchst du dir den aus, der dir am besten gefällt. Leider ist die Methode nicht hundertprozentig sicher. Man kann sich verteufelt irren. Machst du Spaß? Nein, mach ich nicht. Ciri, von morgen an wirst du hier bei mir schlafen. Du wirst deine Sachen hierher bringen. Im Dormitorium der Adeptinnen wird, wie ich höre, zu viel Zeit auf Geschwätz verschwendet, die der Ruhe und dem Schlaf gewidmet sein sollte. Nachdem sie die grundlegenden Handstellungen, Bewegungen und Gesten gemeistert hatte, begann Ciri Zaubersprüche und die zugehörigen Formeln zu lernen. Die Formeln waren leichter. Die Ausbildung, die sie bei der Ausbildung einlegten, über alles mögliche, scherzten. Sie fanden beide sogar Gefallen an leichtem Spott über Nenneke, die bei den Unterweisungen und Übungen oft hospitierte. Aufgeplustert wie eine Glucke, bereit, Ciri unter ihre Fittiche zu nehmen, sie vor der vermeintlichen Strenge der Zauberin und den unmenschlichen Foltern der Ausbildung zu schützen und zu retten. Ciri folgte der Empfehlung und zog in Yennefers Zimmer. Jetzt waren sie nicht nur tags, sondern auch nachts beisammen. Manchmal fand auch der Unterricht nachts statt. Manche Gesten, Formeln und Sprüche durften bei Tageslicht nicht verwendet werden. Die Zauberin, zufrieden mit den Fortschritten des Mädchens, verringerte das Tempo der Ausbildung. Sie hatten mehr freie Zeit. Die Abende verbrachten sie mit der Lektüre von Büchern, gemeinsam oder jede für sich. Ciri arbeitete sich durch Stammelforts, Dialoge über das Wesen der Magie, Giam Battistas, Reiche der Elixiere, durch die natürliche Magie von Richard und Monk. Sie blätterte auch in solchen Werken, die sie aber nicht vollends durchlesen konnte, wie Die unsichtbare Welt von Jan Becker und Das Geheimnis der Geheimnisse von Agnes von Glanville. Sie schaute in den uralten, vergilbten Kodex von Myrthe und ins Art Erkane, sogar in das berühmte, schreckliche Dudwimmermorg, das voller furchterregender Kupferstiche war. Sie griff auch nach anderen Büchern, die nichts mit Magie zu tun hatten. Sie las die Weltgeschichte und den Traktat vom Leben. Auch leichtere Lektüre aus der Tempelbibliothek ließ sie nicht aus. Mit rotem Kopf verschlang sie die Spielchen des Magie Le Creame und die Königlichen Damen von Ani Tiller. Sie las Missgeschicke der Liebe und Zeit des Mondes, die Gedichtbände des berühmten Troubadours Rittersporn. Sie weinte über den feinsinnigen, geheimnisatmenden Balladen von Essie Darwin, die in einem kleinen, hübsch gebundenen Bändchen mit dem Titel Die Blaue Perle gesammelt waren. Oft machte sie Gebrauch von ihrem Privileg und stellte Fragen. Und sie erhielt Antworten. Immer öfter musste sie sich jedoch selbst Fragen stellen lassen. Yennefer schien sich anfangs überhaupt nicht für ihr Schicksal zu interessieren, weder für ihre Kindheit in Sintra, noch für die späteren Ereignisse während des Krieges. Doch dann wurden die Fragen immer konkreter. Ziri musste antworten. Sie tat es sehr ungern, denn jede Frage der Zauberin öffnete in ihrer Erinnerung Türen, die niemals zu öffnen sie sich geschworen hatte, die sie lieber ein für alle Mal geschlossen halten wollte. Seit der Begegnung mit Geralt in Sodden meinte sie, ein neues Leben begonnen zu haben. Glaubte, jenes andere in Sintra sei endgültig und unwiderruflich ausgelöscht. Die Hexer in Kermorhen hatten nie nach irgendetwas gefragt. Und vor der Ankunft im Tempel hatte Geralt geradezu von ihr verlangt, dass sie niemals jemandem verriet, wer sie war. Nenneke, die natürlich alles wusste, sorgte dafür, dass Ziri für die anderen Priesterinnen und die Adeptinnen die ganz gewöhnliche, uneheliche Tochter eines Ritters und einer Bäuerin sei, ein Kind, für das weder im Kastell des Vaters noch in der Hütte der Mutter Platz war. Die Hälfte der Adeptinnen im Tempel der Militele waren genau solche Kinder. Doch Yennefer kannte das Geheimnis ebenfalls. Sie war jemand, dem man trauen konnte. Yennefer fragte. Nach damals. Nach Zintra. Wie bist du aus der Stadt gelangt, Ziri? Auf welche Weise ist es dir gelungen, den Nilfga dann zu entkommen? Daran konnte sich Ziri nicht erinnern. Alles war abgerissen, in Finsternis und Rauch versunken. Sie erinnerte sich an die Belagerung, an den Abschied von Königin Kalanthe. ihrer Großmutter. Sie erinnerte sich an die Barone und Ritter, die sie gewaltsam von dem Bett weggezerrt hatten, wo die verwundete, sterbende Löwin von Zintra lag. Sie erinnerte sich an die wahnsinnige Flucht durch brennende Gassen, den blutigen Kampf und den Sturz des Pferdes. Sie erinnerte sich an den schwarzen Reiter mit dem Helm, den die Flügel eines Raubvogels zierten und an weiter nichts. Ich erinnere mich nicht. Ich erinnere mich wirklich nicht, Frau Jennifer. Jennifer bestand nicht auf eine Antwort. Sie stellte andere Fragen. Sie tat es feinfühlig und taktvoll. Und Ciri fühlte sich immer freier. Schließlich begann sie von selbst zu sprechen. Ohne auf Fragen zu warten, erzählte sie von ihrer Kindheit in Zintra und auf den Skellige-Inseln, wie sie vom Gesetz der Überraschung erfahren hatte und davon, wie das Urteil des Schicksals sie zur Vorherbestimmung Geralts von Riva gemacht hatte, des Hexers mit den weißen Haaren. Sie erzählte vom Krieg, vom Umherirren in den Wäldern des Flusslandes, vom Aufenthalt bei den Druiden von Angren und von der Zeit, die sie im Dorfe Kagen verbracht hatte, wie Geralt sie dort gefunden und nach Keamorhen mitgenommen hatte, in die Heimstatt der Hexer und ein neues Kapitel in ihrem Leben aufgeschlagen hatte. Eines Abends erzählte sie, ohne gefragt zu sein, aus eigenem Antrieb, frei, fröhlich und vieles ausschmückend, von ihrer ersten Begegnung mit dem Hexer. Im Walde Brukilon unter den Druiden, die sie entführt hatten und mit Gewalt festhalten wollten, um eine Druade aus ihr zu machen. Yennefer hörte sich die Erzählung mit Interesse an. Ich würde viel darum geben, hätte ich das sehen können. Ich meine Geralt. Ich versuche mir sein Gesicht vorzustellen, damals im Brukilon, als er merkte, welche Überraschung ihm die Vorsehung bereitet hatte. Er muss doch ein wundersames Gesicht gemacht haben, als er erfuhr, wer du bist. Oh ja, er hat dein Gesicht gezogen. Und was für eins. Willst du es sehen? Ich zeig's dir. Schau mich an. Hm? 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 Ich zeig's dir. Dieses Lachen, dachte Ciri, während sie auf die gen Osten fliegenden Schwärme schwarzer Vögel schaute. Es war dieses Lachen, gemeinsam und offen, was uns einander wirklich näher gebracht hat. Sie und mich. Wir haben begriffen, sowohl sie als auch ich, dass wir zusammen lachen können, wenn wir über ihn reden, über Geralt. und auf einmal waren wir einander nahe. Obwohl ich durchaus wusste, dass Geralt uns zugleich verbindet und trennt. ich hoffe nur, dass es nicht immer so sein wird. Dieses gemeinsame Lachen hat uns einander näher gebracht. und das, was zwei Tage später geschah. Im Wald, auf den Anhönen. Damals hat sie mir gezeigt, wie man sie findet. Ich verstehe nicht, wozu ich sie suchen soll, diese... ich habe wieder vergessen, wie sie heißen. Jene verklaubte Kletten ab, die sich während der Durchquerung des Dickichts an ihrem Ärmel verfangen hatten. Diese Intersektionen. Ich werde dir zeigen, wie man sie ausfindig macht, denn das sind Orte, aus denen man Kraft schöpfen kann. Aber ich kann doch schon Kraft schöpfen. Und du selbst hast mich gelehrt, dass die Kraft überall ist. Wozu also ziehen wir hier im Gebüsch herum? Im Tempel gibt es schließlich jede Menge Energie. Freilich. Dort gibt es allerhand davon. Eben darum ist der Tempel dort erbaut worden und nicht irgendwo anders. Und darum kommt es dir auf dem Gelände des Tempels auch so vor, als sei das Kraft schöpfen so leicht. Mir tun schon die Füße weh. Setzen wir uns ein Weilchen, ja? Gut, Eulchen. Frau Yennefer? Ja? Warum schöpfen wir Kraft immer aus Wasserhadern? Magische Energie gibt es doch überall. Sie ist in der Erde, nicht wahr? In der Luft, im Feuer. So ist es. Und die Erde? Na, hier gibt es ringsum lauter Erde. Unter den Füßen. Und überall gibt es Luft. Und wenn wir Feuer haben wollen, brauchen wir ja nur eins anzuzünden und... Du bist noch zu schwach, um Energie aus der Erde zu schöpfen. Du weißt noch zu wenig, als dass du etwas aus der Luft gewinnen könntest. Und mit dem Feuer zu spielen, verbiete ich dir kategorisch. Ich habe schon gesagt, dass man auf gar keinen Fall die Energie des Feuers anrühren darf. Schrei nicht. Ich habe es mir gemerkt. Sie saßen schweigend auf einem trockenen, ungestürzten Baumstamm, hörten den Wind in den Baumkronen rauschen, hörten einen Specht, der irgendwo in der Nähe verbissen hämmerte. Ziri hatte Hunger und vor Durst wurde ihr die Spucke dick. Doch sie wusste, dass Jammern nichts helfen würde. Früher, vor einem halben Jahr, hatte Yennefer auf derlei Klagen mit einem trockenen Vortrag über die Kunst reagiert, die primitiven Instinkte zu beherrschen. Später hatte sie sie einfach mit Schweigen abgetan. Proteste hatten ebenso wenig Sinn und brachten ebenso wenig Erfolg wie Beschwerden über die Bezeichnung Eulchen. Die Zauberin glaubte die letzte Klette vom Ärmel. Gleich wird sie etwas fragen, dachte Ziri. Ich höre sie denken. Sie fragt wieder nach etwas, woran ich mich nicht erinnere. Oder etwas, woran ich mich nicht erinnern will. Nein, das hat keinen Sinn. Ich werde nicht antworten. Das ist vergangen. In die Vergangenheit führt kein Weg zurück. Das hat sie selbst einmal gesagt. Erzähl mir von deinen Eltern, Ziri. Ich erinnere mich nicht an sie, Frau Yennefer. Versuch es. Ich bitte dich darum. Ich kann mich nicht erinnern. Schau auf meinen Stern. Es schrien Möwen, die zwischen die Fischerboote herabstießen, wo sie Abfälle und von Deck geworfene kleine Fische fingen. Der Wind ließ die gerefften Segel der Drachenboote sacht flappen. Über der Anlegestelle ballte sich der vom Nebel niedergedrückte Rauch zusammen. In den Hafen liefen die Dreiruderer von Zintra ein. Die goldenen Löwen auf den blauen Bannern schimmerten. Onkel Krach, der neben ihr stand und ihr eine Hand, groß wie eine Bärentatze, auf die Schulter gelegt hatte, sank plötzlich auf ein Knie nieder. Über die Landebrücke kam Königin Kalante auf sie zu. Ihre Großmutter. Sie, die auf den Skellige Inseln offiziell Ard-Rena genannt wurde. Die höchste Königin. Doch Onkel Krachankreitz, der Jarl von Ard-Skellig, der noch immer mit gesenktem Hauchte kniete, begrüßte die Löwin von Zintra mit einem weniger offiziellen, aber von den Inselbewohnern voll Ehrerbietung verwendeten Titel. Sei gegrüßt, Modron. Fürstentochter, komm zu mir. Komm zu mir her, Ciri. Wo ist Eist? Der König ist auf See, Modron. Er sucht die Wracks und die Leichen seit gestern. Warum hast du ihnen das erlaubt? Wie konnte er das zulassen? Wie konntest du es zulassen, Krach? Du bist der Jarl von Ard-Skellig. Kein Drachenboot hat das Recht, ohne deine Erlaubnis auszulaufen. Warum hast du es erlaubt, Krach? Pferde! Wir reiten zum Vor. Und morgen bei Tagesanbruch reise ich ab. Ich nehme die Fürstentochter nach Zintra mit. Ich werde ihr niemals erlauben, hierher zurückzukehren. Du aber! Du hast mir gegenüber eine verdammte Schuld, Krach. Eines Tages werde ich sie einfordern. Ich weiß, Modron. Wenn ich nicht mehr dazu komme, dich daran zu erinnern, wird sie es tun. Kalanthe zeigte auf Ciri. Ihr wirst du deine Schuld bezahlen, Jarl. Du weißt auf welche Weise. Krachankräht stand auf, streckte sich. Die Züge seines wettergegärbten Gesichts wurden hart. Mit einer raschen Bewegung zog er das schmucklose, einfache, stählerne Schwert aus der Scheide, entblößte den linken Unterarm, der von breiten, hellen Narben bedeckt war. Ohne theatralische Gesten. Geh sparsam mit deinem Blut um. Ich habe gesagt, eines Tages. Denk dran. Krachankräht, der Jarl von Arzgellig, hob die Hände, schüttelte das Schwert. Ich nehme den Eid an. Geleite uns zum Vorjahr. Ziri erinnerte sich an die Rückkehr von König Eist, sein versteinertes, bleiches Gesicht und an das Schweigen der Königin. Sie erinnerte sich an das trübsinnige, schreckliche Mal, bei dem sich die wilden, bärtigen Seebären von Skellige allmählich in bedrückender Stille betranken. Sie erinnerte sich an das Flüstern. Geas Muire. Geas Muire. Sie erinnerte sich an die Ströme dunklen Bieres, die auf den Fußboden gegossen wurden. Die Hörner, die unter Ausbrüchen ohnmächtigen, verzweifelten, sinnlosen Zornes an den steinernen Wänden zerbrochen wurden. Geas Muire. Pavetta. Pavetta. die Prinzessin von Zintra. Die Prinzessin von Zintra und ihr Mann, Prinz Duni. Ziris Eltern. Verschollen. Umgekommen. Es hatte sie Geas Muire getötet. Der Fluch des Meeres. Ein Sturm hatte sie verschlungen, den niemand vorhergesehen hatte. Ein Sturm, den es nicht hätte geben dürfen. Ziri drehte den Kopf weg, damit Yennefer die Tränen nicht sah, die ihr in den Augen standen. Wozu das alles? Dachte sie. Wozu diese Fragen? Diese Erinnerungen? In die Vergangenheit führt kein Weg zurück. Es gibt sie alle nicht mehr. Weder Papa noch Mama noch die Großmutter. Sie, die die Adrena war. die Löwin von Zintra. Onkel Krachan Kret ist sicherlich auch umgekommen. Ich habe niemanden mehr und bin jemand anders. Es führt kein Weg zurück. Haben damals deine Träume angefangen? Nein. Nein. Nicht damals. Erst später. Wann? Im Sommer. Dem vor sechs Jahren, glaube ich. Als ich in Werden war. Denn im nächsten Sommer war schon Krieg. Aha. Das heißt, die Träume haben nach der Begegnung mit Geralt im Brokilon begonnen? Mhm. Auf die nächste Frage werde ich nicht antworten. Beschloss sie. Doch Jennifer fragte nicht. Sie stand auf, blickte zur Sonne. Na, genug gesessen, Eulchen. Es wird spät. Wir suchen weiter. Die Hand locker nach vorn. Nicht die Finger anspannen. Vorwärts. Wohin soll ich gehen? In welche Richtung? Das ist egal. Die Adern sind überall? Fast. Du wirst lernen, sie zu entdecken, sie im Gelände zu finden, solche Punkte zu erkennen. Anzeichen dafür sind verdorrte Bäume, zweckhafte Pflanzen, Stellen, die von allen Tieren gemieden werden. Außer von Katzen. Katzen? Katzen lieben es, auf den Intersektionen zu schlafen und auszuruhen. Es sind viele Geschichten von magischen Tieren im Schwange, aber in Wahrheit ist die Katze, neben dem Drachen, das einzige Geschöpf, welches Kraft aufzunehmen vermag. Niemand weiß, wozu die Katze sie aufnimmt und was sie damit macht. Oh. Was ist? Oh. Dort. In diese Richtung. Da scheint etwas zu sein. Hinter diesem Baum. Ciri, fantasiere nicht. Eine Intersektion spürt man, wenn man darüber steht. Hm. Interessant. Ich würde sagen, ungewöhnlich. Spürst du wirklich einen Zug? Wirklich? Also gehen wir. Interessant, interessant. Na, orte sie. Zeig wo. Hier, an dieser Stelle. Bravo. Hervorragend. Spürst du die leichte Krümmung des Ringfingers? Siehst du, wie er sich nach unten neigt? Merk dir. Das ist das Signal. Kann ich Kraft schöpfen? Warte. Ich überprüfe sie. Frau Yennefer? Wie ist das mit diesem Schöpfen? Wenn ich Kraft in mich aufnehme, dann fehlt sie ja vielleicht dort unten. Darf man das? Mutter Nenneke hat uns gelehrt, dass man nichts einfach so nehmen darf. Zum Spaß. Sogar die Kirschen muss man an den Bäumen lassen. Für die Vögel. Und dass sie einfach herunterfallen. Jennifer umarmte sie, gab ihr einen leichten Kuss auf die Schläfe. Ich wünschte, das, was du gesagt hast, hätten andere gehört. Wilgefortz, Francesca, Terra Nova. Diejenigen, die glauben, sie hätten ein ausschließliches Recht auf die Kraft und könnten sich ihrer uneingeschränkt bedienen. Ich wünschte, sie würden auf das kleine, kluge Eulchen aus dem Tempel der Militele hören. Hab keine Angst, Ciri. Es ist gut, dass du daran denkst. Aber glaub mir, es gibt genug Kraft. Es wird nicht an ihr mangeln. Das ist so, als ob du in einem großen Garten eine einzige Kirsche pflückst. Kann ich jetzt schöpfen? Warte. Oh je, das ist ein verteufelt starkes Nest. Es pulsiert heftig. Gib acht, Eulchen. Schöpfe vorsichtig und sehr, sehr langsam. Ich fürchte mich nicht. Pah, ich bin eine Hexerin. Ha. Ha, ich spüre sie. Ich spüre... Frau Yen... Oh verdammt. Ich habe dich gewarnt. Hab's dir gesagt. Kopf nach hinten. Nach hinten, sag ich. Da, drück dir das auf die Nase. Du machst dich sonst ganz voll Blut. Ruhig. Ruhig, Kleine. Werd mir nur nicht ohnmächtig. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Töchterchen. Halt das Taschentuch fest. Gleich zaubere ich Eis. Um das bisschen Nasenbluten gab es einen großen Skandal. Yennefer und Nenneke redeten eine ganze Woche lang nicht miteinander. Eine Woche lang faulenzte Ciri, las Bücher, übte, unter der Erlaubnis Nennekes und natürlich nur außerhalb des Tempelgeländes mit ihrem Schwert und langweilte sich. Denn die Zauberin hatte die Ausbildung ausgesetzt. Das Mädchen bekam sie tagelang nicht zu Gesicht. Yennefer verschwand irgendwann im Morgengrauen, kehrte abends zurück, schaute sie sonderbar an und war ungewöhnlich wortkarg. Nach einer Woche hatte Ciri genug. Abends, als die Zauberin zurückkehrte, ging sie wortlos zu ihr hin und drückte sich fest an sie. Yennefer schwieg. Sehr lange. Sie brauchte nichts zu sagen. Ihre Finger, um die Schultern des Mädchens gepresst, sprachen für sie. Am Morgen darauf versöhnten sich die Erzpriesterin und die Zauberin nach einer langen, mehrstündigen Unterredung. Und dann kam zu Ciris großer Freude wieder alles ins Lot. Bueno, acting dabei auch inütена Schau mir in die Augen, Ciri. Ein kleines Licht. Die Formel, bitte. Eine Verseos. Gut. Schau auf meine Hand. Dieselbe Geste. Und verstreu das Licht in der Luft. Eine En-En-Yé. Hervorragend. Und welche Geste muss man jetzt machen? Ja, genau diese. Sehr gut. Verstärke die Geste und schöpfe. Mehr. Mehr. Ohne Pause. Rücken gerade. Die Arme am Körper. Die Hände locker. Keine unnötigen Fingerbewegungen. Jede Bewegung kann die Wirkung vervielfachen. Willst du, dass hier ein Feuer ausbricht? Verstärke sie. Worauf wartest du? Oh. Ich. Ich kann nicht. Entspann dich und hör auf zu zittern. Schöpfe. Was machst du? Ja, so ist es besser. Nicht mit dem Willen nachlassen. Zu schnell. Du hyperventilierst. Und du erhitzt dich unnötig. Langsamer, Ölchen. Ruhiger. Ich weiß, dass das unangenehm ist. Du wirst dich daran gewöhnen. Es tut mir weh. Im Bauch. Oh. Hier. Du bist eine Frau. Das ist deine typische Reaktion. Mit der Zeit wirst du dich abhärten. Und dazu musst du ohne eine Schmerzblockade üben. Es muss wirklich sein, Ciri. Hab keine Angst. Ich pass auf. Schirme dich ab. Dir kann nichts geschehen. Aber den Schmerz musst du aushalten. Atme ruhig. Konzentriere dich. Die Geste bitte. Und nimm Kraft auf. Schöpfe. Zieh sie heraus. Gut. Gut. Noch ein bisschen. Na siehst du? Du kannst es, wenn du willst. Jetzt beobachte meine Hand. Aufmerksam. Mach dieselbe Geste. Die Finger. Die Finger, Ciri. Schau auf meine Hand. Nicht zur Decke. So ist es gut. Ja. Sehr gut. Sammle. Und jetzt drehen. Die Geste umkehren und die Kraft als sehr starkes Licht abgeben. Hör auf zu heulen. Beherrsch dich. Das ist ein Krampf. Geht gleich vorbei. Die Finger breiter. Lösch es. Gib's aus dir heraus. Langsamer, verdammt. Sonst platzen dir wieder Blutgefäße. Zu heftig, Ölchen. Immer noch zu heftig. Ich weiß, die Kraft drängt nach außen. Aber du musst lernen, das zu kontrollieren. Du darfst es nicht zu solchen Ausbrüchen kommen lassen wie eben. Wenn ich dich nicht isoliert hätte, hättest du hier ein heilloses Durcheinander angerichtet. Na, noch einmal. Wir beginnen ganz von vorn. Die Geste und die Formel. Nein. Nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Atme langsamer. Hör auf zu zittern. Diesmal ist das gewöhnliche Hysterie. Du täuscht mich nicht. Beherrsch dich. Konzentrier dich und fang an. Nein, bitte, Frau Jennifer. Es tut mir weh. Mir ist schlecht. Nur keine Tränen, Ciri. Es gibt keinen widerwärtigeren Anblick als eine weinende Zauberin. Nichts erweckt größeres Mitleid. Merk dir das. Vergiss es niemals. Noch einmal. Von Anfang an. Spruch und Geste. Nein, nein. Diesmal ohne Vorbild. Du wirst es selbst tun. Na, streng dein Gedächtnis an. Eine Verseos. Eine N-N-J. Schlecht. Zu schnell. Die Magie steckte in ihr fest wie eine eiserne Pfeilspitze mit Widerhaken. Sie hatte sie tief verwundet. Sie schmerzte. Mit jener seltsamen Art Schmerz, die sonderbar an Lust grenzt. Zur Entspannung liefen sie wieder durch den Park. Jennifer hatte Nenneke überredet, Ciri's Schwert aus dem Magazin herauszurücken und ermöglichte es dem Mädchen, Schritte, Finden und Ausfälle zu üben. Natürlich so, dass die anderen Priesterinnen und Adeptinnen es nicht sahen. Doch die Magie war allgegenwärtig. Ciri lernte, wie man mit einfachen Zaubersprüchen und Konzentration des Willens Muskeln lockert, Krämpfe löst, das Adrenalin unter Kontrolle bringt, das Ohrlabyrinth und den Vagusnerv beherrscht, wie man den Puls verlangsamt oder beschleunigt, wie man sich für kurze Zeit vom Sauerstoff unabhängig macht. Die Zauberin wusste unerwartet viel vom Schwert und vom Tanz der Hexer. Sie wusste viel über die Geheimnisse von Kermorhen, war zweifellos im Schloss gewesen. Sie kannte Wesemir und Eskel. Lambert und Coen kannte sie nicht. Yennefer war in Kermorhen gewesen. Ciri konnte sich denken, warum während der Gespräche über das Schloss Wärme in die Augen der Zauberin trat, sie den bösen Schimmer und die kalte, gleichgültige, weise Tiefe verloren. Wenn solche Worte auf Yennefer gepasst hätten, hätte Ciri sie in diesen Momenten als verträumt bezeichnet, als jemanden, der Erinnerungen nachhing. Ciri konnte sich denken, warum. Es gab ein Thema, das anzuschneiden, das Mädchen instinktiv und sorgsam vermied. Aber einmal verplapperte sie sich und plauderte es aus. Über Triss Merigold Scheinbar widerwillig, scheinbar gleichgültig, mit scheinbar beiläufigen Fragen, holte Yennefer den Rest aus ihr heraus. Ihre Augen waren hart und undurchdringlich. Ciri konnte sich denken, warum. Und, oh Wunder, sie fühlte keinen Unmut mehr. Die Magie beruhigte sie. Das sogenannte Zeichen Art, Ciri, ist ein sehr einfacher Zauberspruch aus der Gruppe der Psychokinetischen und beruht darauf, dass Energie in eine bestimmte Richtung gestoßen wird. Die Stoßkraft hängt davon ab, wie sehr der Stoßende seinen Willen konzentriert und wie viel Kraft er abgibt. Sie kann erheblich sein. Die Hexer haben sich diesen Zauber angeeignet, weil er keine Kenntnis einer magischen Formel erfordert. Es genügen Konzentration und die Geste. Deshalb haben sie es ein Zeichen genannt. Woher sie den Namen haben, weiß ich nicht. Vielleicht aus der älteren Rede. Das Wort Art bedeutet, wie du weißt, Berg, das Obere oder das Höchste. Wenn dem so ist, dann ist der Name sehr irreführend, denn es gibt kaum einen leichteren psychokinetischen Zauber. Wir werden natürlich auf so etwas Primitives wie ein Hexerzeichen keine Zeit und Energie verschwenden. Wir werden richtige Psychokinese üben. Wir üben es an... Na, an dem Korb, der dort unter dem Apfelbaum liegt. Konzentriere dich. Hab ich. Du konzentrierst dich schnell. Denk dran. Kontrolliere den Kraftausstoß. Du kannst nur so viel abgeben, wie du aufgenommen hast. Wenn du auch nur ein Quäntchen mehr abgibst, tust du es auf Kosten deines eigenen Organismus. So eine Anstrengung kann dir das Bewusstsein rauben und dich letzten Endes sogar töten. Wenn du hingegen alles abgibst, was du aufgenommen hast, verlierst du die Möglichkeit einer Wiederholung. Du musst dann noch einmal Kraft schöpfen und du weißt, dass das schwierig und schmerzhaft ist. Oh, ich weiß. Du darfst nicht die Konzentration vermindern und zulassen, dass die Energie von selbst aus dir herausbricht. Meine Meisterin pflegte zu sagen, dass man die Kraft so herauslassen muss, wie einen Furz im Ballsaal. Vorsichtig, langsam und kontrolliert. Und so, dass die anderen nicht merken, dass du es warst. Verstehst du? Ich verstehe. Steh gerade. Hör auf zu kichern. Denk dran. Zauber sind eine ernste Angelegenheit. Man wirkt sie in graziöser, ja auch stolzer Haltung. Die Gesten werden fließend ausgeführt, aber zügig. Würdevoll. Man macht kein dummes Gesicht, schneidet keine Grimassen, streckt nicht die Zunge heraus. Wenn du mit den Kräften der Natur operierst, sollst du der Natur Respekt erweisen. Gut, Frau Jennifer. Beachte. Diesmal schirme ich dich nicht ab. Du bist eine selbstständige Zauberin. Das ist dein Debüt, Eulchen. Hast du die Weinkaraffe auf der Kommode gesehen? Wenn dein Debüt gut ausfällt, wird deine Meisterin sie heute Abend austrinken. Allein? Den Schülern ist Weintrinken erst erlaubt, wenn sie die Gesellenprüfung abgelegt haben. Du musst noch etwas warten. Du bist verständig. Also noch so an die zehn Jahre. Nicht länger. Na, fangen wir an. Lege die Finger in Position. Und die linke Hand. Fuchtle nicht damit herum. Lass sie locker herabhängen oder stütze sie gegen die Hüfte. Die Finger. Gut. Also. Stoße sie aus. Na. Ich habe nicht gesagt, dass du Geräusche ausstoßen sollst. Stoß Energie aus. Lautlos. Er ist hochgesprungen. Der Korb ist hochgesprungen. Hast du gesehen? Er hat gerade mal gezuckt. Ciri. Sparsam heißt nicht schwach. Psychokinese wird zu einem bestimmten Zweck verwendet. Sogar die Hexer benutzen das Zeichen Art, um einen Gegner umzuwerfen. Die Energie, die du ausgestoßen hast, hätte einem Gegner nicht einmal die Mütze vom Kopf gefegt. Noch einmal. Etwas stärker. Nur Mut. Ha. Der ist vielleicht geschwebt. War es jetzt gut? Wirklich, Frau Jennifer? Du wirst dann in die Küche laufen und ein bisschen Käse zu unserem Wein holen. Es war fast gut. Fast. Noch stärker, Ölchen. Keine Angst. Reiß den Korb vom Boden hoch und schleudere ihn ordentlich an die Wand von dem Schuppen dort, dass die Funken stieben. Mach den Rücken nicht krumm. Kopf hoch. Graziös und stolz. Nur Mut. Mut. Oh. Verdammt noch mal. Oh je. Entschuldigung, Frau Jennifer. Das war wohl... etwas zu viel. Ein bisschen. Mach dir nichts draus. Komm her zu mir. Na, Kleine. Und... Und... Und der Schuppen? Sowas kommt vor. Kümmer dich nicht drum. Das Debüt, alles in allem, ist positiv zu bewerten. Und der Schuppen? Hm. Das war kein besonders schöner Schuppen. Ich glaube nicht, dass ihn jemand in der Landschaft vermissen wird. Bei der großen Militäle, was ist denn hier draußen los? Holla, meine Herrschaften. Bei der großen Militäle. Jennifer, was ist denn hier passiert? Ciri, ist alles in Ordnung? Jennifer, was hast du getan? Was habt ihr mit dem Schuppen gemacht? Ruhig, ruhig. Was soll denn dieser Lärm und Aufruhr? Es ist nichts passiert. Ruhig bleiben. Sieh dir an, was hier passiert ist, Jennifer. Bleib ruhig, Nenneke. Es ist nichts passiert, wiederhole ich. Man muss einfach diese Bretter wegräumen. Sie geben gutes Brennholz ab. Gutes Brennholz? Bei der großen Militäle, was habe ich mir nur dabei gedacht, sie in deine Hände zu geben? Sie dir zu überlassen? Verdammt nochmal, wie konnte ich nur so dumm sein? Während der warmen, windstille Nachmittage füllte sich die Luft mit dem Duft von Blumen und Gräsern, verströmte Ruhe und Stille, die vom Summen der Bienen und großer Käfer unterbrochen wurde. An solchen Nachmittagen trug Jennifer Nennekes Korbsessel in den Garten, setzte sich hinein, die Beine weit nach vorn gestreckt. Stundenlang studierte sie Bücher. Stundenlang las sie Briefe, die sie durch sonderbare Boten erhielt, zumeist Vögel. Manchmal saß sie nur da und schaute in die Ferne. Mit einer Hand fuhr sie sich gedankenverloren durch die schwarzen, glänzenden Locken. Mit der anderen strich sie Ciri über dem Kopf, die im Grase saß, an den warmen, festen Schenkel der Zauberin geschmiegt. Frau Jennifer? Ja, Eulchen? Sag mir, kann man mit Hilfe von Magie alles tun? Nein. Aber vieles, nicht wahr? Ja. Die Zauberin schloss für einen Moment die Augen, berührte mit den Fingern die Lieder. Sehr viel. Etwas richtig Großes? Etwas Schreckliches? Etwas sehr Schreckliches? Manchmal schrecklicher, als man möchte. Und werde ich? Wann werde ich so etwas machen können? Ich weiß nicht. Vielleicht niemals. Hoffentlich wirst du es niemals müssen. Frau Jennifer? Was nun wieder, Eulchen? Wie alt warst du, als du Zauberin geworden bist? Hm. Als ich die Aufnahmeprüfung abgelegt habe? 13. Zwei Jahre jünger als ich jetzt. Und wie... Wie alt warst du als... Nein. Danach frage ich nicht. 16. 16. Aha. Und wie alt warst du, als du Geralt kennengelernt hast? Älter, Eulchen. Ein bisschen älter. Immerzu nennst du mich Eulchen. Du weißt, dass mir das ganz und gar nicht gefällt. Warum tust du es? Weil ich boshaft bin. Zauberinnen sind immer boshaft. Aber ich will... Will kein hässliches Eulchen sein. Ich möchte hübsch sein. Richtig hübsch. So wie du, Frau Jennifer. Kann ich mit Magie eines Tages so schön werden wie du? Du? Brauchst das zum Glück nicht. Du brauchst dazu keine Magie. Du weißt gar nicht, was das für ein Glück ist. Aber ich möchte wirklich hübsch sein. Du bist wirklich hübsch. Ein wirklich hübsches Eulchen. Mein hübsches Eulchen. Och, Frau Jennifer. Ciri, du machst mir einen blauen Fleck am Bein. Frau Jennifer? Ja? Worauf schaust du so? Auf den Baum dort. Das ist eine Linde. Und was ist daran so interessant? Nichts. Ich erfreue mich einfach an ihrem Anblick. Ich freue mich, dass ich sie sehen kann. Ich verstehe nicht. Das ist gut. Frau Jennifer! Was denn nun wieder? Eine Spinne geht auf dein Bein zu. Schau, wie hässlich sie ist. Eine Spinne wie jede andere. Mach sie tot! Ich habe keine Lust, mich zu bücken. Dann töte sie mit einem Zauberspruch. Auf dem Gelände des Tempels der Melitele? Damit Nenneke uns beide in hohem Bogen hinauswirft? Nein, danke. Und jetzt sei still. Ich will nachdenken. Und worüber denkst du so angestrengt nach? Schon gut. Ich bin schon still. Ciri, welch eine Überraschung! Ich habe schon gefürchtet, du würdest mir eine von deinen unvergleichlichen Fragen stellen. Warum nicht? Ich mag deine unvergleichlichen Antworten. Hm, du wirst dreist, Eilchen. Ich bin eine Zauberin. Zauberinnen sind boshaft und dreist. Hm. 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 Frau Yennefer. Zum Kuckuck. Was denn nun schon wieder? Warum ist Gerald so lange ... Warum kommt er nicht? Er hat mich hier immer besucht. Warum jetzt nicht mehr? Er hat dich sicherlich vergessen, Eilchen. Hat ein hübscheres Mädchen gefunden. Och nein! Ich weiß, dass er mich nicht vergessen hat. Konnte er gar nicht. Das weiß ich. Ich weiß es ganz bestimmt, Frau Yennefer. Gut, dass du das weißt. Bist ein glückliches Eilchen. Ich habe dich nicht gemocht. Yennefer schaute sie nicht an, stand weiter mit dem Rücken zu ihr am Fenster und schaute zu den im Osten dunkelnden Anhöhen hin. Über den Höhen war der Himmel schwarz von Krähen und Rabenschwärmen. Gleich wird sie fragen, warum ich sie nicht mochte, dachte Ciri. Nein, sie ist zu klug für so eine Frage. Sie wird trocken auf die grammatische Form hinweisen und sich erkundigen, seit wann ich die Vergangenheit verwende. Und ich werde es ihr sagen. Ich werde ebenso trocken wie sie sein, werde ihren Tonfall parodieren. Sie soll wissen, dass ich auch Kälte, Gefühllosigkeit und Gleichgültigkeit vortäuschen kann, als schämt ich mich der Gefühle und Emotionen. Alles werde ich ihr sagen. Ich will, ich muss ihr alles erzählen. Ich will, dass sie alles weiß, noch ehe wir den Tempel der Militäle verlassen. Ehe wir abreisen, um endlich den zu treffen, nachdem ich mich sehne. Den, nachdem sie sich sehnt. Den, der sich gewiss nach uns beiden sehnt. Ich will ihr sagen, dass... Ich werde es ihr sagen. Sie braucht nur zu fragen. Die Zauberin wandte sich vom Fenster ab, lächelte. Sie fragte nichts. Tags aufritten aufritten sie los. Früh am Morgen, beide in Reisekleidung für Männer, mit Mänteln, Mützen und Kapuzen, die die Haare verbargen. Beide bewaffnet. Nur Nenneke verabschiedete sie. Sie sprach lange und leise mit Jennifer. Dann drückten sich beide, die Zauberin und die Priesterin, kräftig wie Männer die Hände. Ziri, die Zügel ihrer Apfelschimmelstute in der Hand, wollte sich ebenso verabschieden. Doch Nenneke erlaubte es ihr nicht. Sie umarmte sie, drückte sie an sich, küsste sie. Sie hatte Tränen in den Augen. Ziri auch. Schließlich wischte sich die Priesterin mit dem Ärmel ihres Gewandes über die Augen. Nun reitet schon. Möge die große Militele euch unterwegs beschützen, meine Lieben. Aber Göttinnen haben eine Menge Dinge im Kopf. Also gebt auch selber auf euch acht. Wache über sie, Yennefer, behüte sie wie deinen Aukapfel. Ich hoffe, dass ich sie besser behüten kann. Am Himmel zog zum Pontertal hin mit lautem Krächzen ein Schwarm Raben vorbei. Nenneke schaute nicht hin. Gebt auf euch acht. Es kommen schlechte Zeiten. Es könnte sich erweisen, dass Edlinne Epévenien wusste, was sie weiß sagt. Es kommt eine Schwerzeit, eine Beilzeit, die Zeit der Verachtung und der Wolfsstürme. Gib auf sie acht, Yennefer. Erlaube niemandem, ihr ein Leid zu tun. Ziri sprang in den Sattel. Ich komme wieder, Mutter. Ich komme bestimmt wieder. Bald. Sie wusste nicht, wie sehr sie sich irrte. Ja, sie sind . sie sind, sind, sie sind, sie